Das Haus des Schwarzen Magiers Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Claudia Sterngucker Das Haus des Schwarzen Magiers Einer meiner Freunde, ein Schriftsteller und Philosoph, sagte eines Tages, halb im Ernst, halb im Scherz, zu mir, Denke dir, seit wir uns das letzte Mal sahen, habe ich mitten in London ein Haus entdeckt, in dem Geister umgehen. Was du sagst, ein Haus, in dem es spukt? Was geht denn darin um? Wirkliche Geister? Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Alles, was ich darüber weiß, ist Folgendes. Vor sechs Wochen suchten meine Frau und ich ein möbliertes Zimmer. Während wir eine ruhige Straße entlang gingen, sahen wir an dem Fenster eines der Häuser einen Zettel mit der Aufschrift, Möblierte Zimmer zu vermieten. Die Lage sagte uns zu, wir traten in das Haus ein, die Zimmer gefielen uns, Wir mieteten sie auf wöchentliche Kündigung und verließen sie bereits nach drei Tagen wieder. Keine Macht der Erde hätte meine Frau bewegen können, länger in der Wohnung zu bleiben, und ich muss gestehen, dass ich dies begriff. Nun, was ist euch denn darin zugestoßen? Weißt du, ich möchte wirklich nicht in deinen Augen lächerlich erscheinen oder von dir als ein abergläubischer Träumer betrachtet werden, aber andererseits kann ich auch nicht verlangen, dass du auf meine bloße Versicherung hin mir etwas glauben sollst, was jeder bezweifeln würde, der das nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Ich will dir nur das eine sagen. Wir sind weniger durch etwas wirklich Gehörtes oder Gesehenes aus dieser Wohnung vertrieben worden. Nein, es war vielmehr ein unbeschreibliches Grauen, das meine Frau um mich befiel, so oft wir an der Tür eines gewissen kleinen, leeren Zimmers vorbeikamen, ob schon wir nicht gerade etwas Bestimmtes aus dem Zimmer hörten oder sahen. Bei der Gelegenheit stimmte ich zum ersten Mal in meinem Leben mit meiner Frau überein. Ich musste er wirklich, nachdem die dritte Nacht vorübergegangen war, darin beipflichten, dass es unmöglich sei, noch eine vierte Nacht in diesem Hause durchzumachen. Kurzum, ich suchte am Morgen des vierten Tages die Vermieterin auf, sagte er, dass die Zimmer nicht ganz unseren Wünschen entsprächen und wir deshalb schon vorzeitig die Wohnung verlassen wollten. Während ich ihr den vereinbarten Preis bezahlte, sagte sie ganz trocken. Ich weiß, weshalb sie auszuziehen wünschen. Immerhin, sie sind bereits schon länger hier geblieben als irgendeiner ihrer Vorgänger. Wenige brachten eine zweite Nacht hierzu, niemand aber vor ihnen eine dritte. Es scheint, sie haben sich gütig gegen sie benommen. Sie? Wenn meinen sie damit? fragte ich, indem ich gezwungen dazu lächelte. Sie, je nun, ich meine diejenigen, die in diesem Hause umgehen, mögen sie sein, wer sie wollen. Mich stören sie nicht. Ich kümmere mich einfach nicht um sie. Aber ich erinnere mich ihrer Gegenwart schon seit langen Jahren, schon seit damals, als ich dieses Haus noch nicht in abhängiger Stellung bewohnte. Jedenfalls weiß ich, dass sie einst die Ursache meines Todes sein werden. Doch was tut das? Ich bin alt, und später oder früher muss ich doch sowieso einmal sterben. Und dann lebe ich doch in diesem Hause mit ihnen fort. Die Frau sprach diese Worte mit so schwermütiger Resignation, dass mich eine Art von Scheu davon abhielt, weiter mit dir über diese geheimnisvollen Dinge zu reden. Meine Frau und ich waren froh, dass wir ohne Weiterungen aus dem Hause davon kamen. Du erregst meine Neugier außerordentlich, lieber Freund, entgegnete ich. Ich muss gestehen, dass es mich beispielsweise sehr stark reizen würde, einmal in einem Hause zu schlafen, in welchem Gespenst herumgehen. Bitte, gib mir doch die Adresse der Wohnung, die ihr so fluchtartig verlassen habt. Mein Freund gab mir die Adresse, und nachdem wir geschieden waren, suchte ich unverweilt das bezeichnete Stadtviertel auf. Das Haus lag auf der nördlichen Seite der Roxfordstraße, in einer düsteren, aber anständigen Quergasse. Das Haus war verschlossen. Diesmal war kein Vermietungszettel an ihm zu erblicken, und auf mein Klopfen erhielt ich auch keine Antwort. Eben wollte ich mich wegwenden, als ein junger Bursche, der leere Zinkrüge aus den Nachbarhäusern eingesammelt hatte, auf mich zutrat und mich höflich fragte. Mein Herr, suchen Sie jemanden in diesem Hause? Allerdings, ich hörte, hier sei eine Wohnung zu vermieten. Eine Wohnung zu vermieten? Das sollte mich aber wirklich wundern. Die Vermieterin ist schon seit drei Wochen tot, und niemand findet sich, der Lust hätte, sich mit dem Hause zu befassen, obgleich Herr Jackson eine reichliche Bezahlung dafür aussetzte. Er bot meine Mutter, die bei ihm arbeitet, einen Pfund wöchentlich an, nur dafür, dass sie täglich die Fenster öffnen und schließen solle. Doch meine Mutter mochte dieses Anerbieten nicht annehmen. Sie mochte nicht? Warum denn nicht? Weil es hier spukt. Die alte Frau, die das Haus bisher gehütet hatte, wurde eines Tages mit weit aufgerissenen Augen tot in ihrem Bette aufgefunden. Die Leute sagten, der Teufel habe sie erdrosselt. Das ist ja ganz schrecklich. Doch du nanntest mir eben Herrn Jackson. Ist das der Eigentümer dieses verrufenen Hauses? Freilich. Wo wohnt er denn? In der Gibbernstraße Nummer 5. Was ist denn Herr Jackson von Beruf? Hat er irgendein Geschäft? Nein, das ist nicht der Fall. Er treibt nichts Besonderes. Er lebt für sich allein. Ich gab dem Burschen für seine bereitwilligen Auskünfte ein wohlverdientes Trinkgeld und machte mich schleunigst auf den Weg nach Herrn Jacksons Wohnung. Die Gibbernstraße war nicht weit entfernt von der Straße, wo das Spukhaus stand. Ich war auch vom Glück begünstigt, den Eigentümer zu Hause anzutreffen. Es war ein schon ältlicher Mann mit einem klugen Gesicht und von einnehmendem Wesen. Nachdem ich mich vorgestellt hatte, kam ich mit meinem Anliegen ohne weitere Umschweife heraus und sagte ihm, ich hätte gehört, dass jenes Haus als ein unheimliches Verschrien sei, dass ich aber gleichwohl ein außerordentliches Verlangen hätte, einmal in solchen Räumen weilen zu können, die in einem so merkwürdigen Rufe ständen. Ich würde ihm zu größtem Dank verpflichtet sein, wenn er jene Wohnung mir Mietweise nur für eine Nacht zur Verfügung stellen wollte. Ich wäre bereit, für seine Gefälligkeit jedem Preis, den er verlangen möchte, zu bezahlen. Mein Herr, antwortete Herr Jackson mit ausgesuchter Höflichkeit, ich stelle Ihnen das Haus ganz zur Verfügung, auf so lange oder kurze Zeit, wie es Ihnen beliebt. Ich will auch ganz davon absehen, dafür eine Miete anzunehmen. Ja, ich wäre Ihnen sogar zu Dank verpflichtet, falls Sie möglicherweise die Ursache jener seltsamen Erscheinungen heraus bekämen, welche gegenwärtig das Haus ganz unvermietbar und daher völlig wertlos machen. Denn nicht nur, dass ich keine Mieter finde, es findet sich nicht einmal jemand, der es in Ordnung halten und etwaigen Anfragern Auskunft geben möchte. Es ist eben nicht zu leugnen, dass es in dem Hause unglücklicherweise spukt, wenn man diesen Ausdruck dafür gebrauchen darf. Und zwar geschieht dies nicht nur bei Nacht, sondern sogar am hellerlichten Tage, ob schon die Ruhestörungen und merkwürdigen Erscheinungen während der Nacht natürlicherweise einen noch unheimlicheren, ja manchmal geradezu entsetzlichen Charakter haben. Die arme Alte, die vor drei Wochen darin ein so plötzliches Ende gefunden hat, habe ich seinerzeit aus dem Armenhause befreit. In meiner Familie hatte sie schon als Kind verkehrt, wie sie überhaupt früher bessere Tage gesehen hatte. Ja, sie befand sich sogar einst in so guten Verhältnissen, dass es ihr möglich war, von meinem Ohrheim jenes Haus zu mieten, in welchem sie ihren Tod gefunden hat. Die Alte hatte in ihrer Jugend eine ganz leidliche Erziehung genossen. Sie besaß einen gesunden Verstand und war das einzige Wesen, welches sich jemals zu überreden vermochte, in jenem Hause auszuhalten. Nachdem sich aber nach ihrem so plötzlichen Tode, dessen Art durch den Leichenbeschauer in der Nachbarschaft herumgetragen wurde, dort das Gerücht von der Unheimlichkeit des Hauses weiter und immer weiter verbreitet hat, muss ich schier daran verzweifeln, ihre Stelle wieder besetzt zu sehen, geschweige, einen regelrichten Mieter zu finden. Dabei würde ich heute das Haus jedermann gern unentgeltlich für ein Jahr überlassen, der sich nur verpflichtete, die Steuern und Taxen dafür zu bezahlen. Seit wann trägt denn eigentlich dieses Haus den unheimlichen Charakter an sich? Dies Ihnen genau zu beantworten, bin ich kaum in der Lage. Jedenfalls ist es schon sehr lange her. Die alte Frau, mit der ich einmal darüber sprach, meinte, dass es schon vor 30 bis 40 Jahren, bevor sie in das Haus gezogen sei, darin gespukt habe. Ich selber habe den größten Teil meines Lebens in Ostindien zugebracht. Erst im vorigen Jahre bin ich nach England zurückgekommen, um die Erbschaft jenes Ohrheims anzutreten, unter dessen Nachlasse sich auch dieses Haus befand. Als ich es übernahm, waren Fensterläden und Türen dicht verschlossen, es war unbewohnt. Das Gerücht ging um, es hausten Gespenster darin, und deshalb verstünde sich niemand dazu, in ihm zu wohnen. Ich lächelte anfangs über dieses Märchen. Ja, ich zögerte nicht, einiges Geld auszugeben, um das Innere und Äußere des Hauses wieder instand zu setzen. Ich ergänzte den altväterischen Haushalt durch einige neue, hübsche Möbel, kündigte dann die Wohnung öffentlich an, und erhielt auch bald einen Mieter auf ein Jahr. Es war ein Oberst außer Dienst. Er bezog das Haus mit seiner Familie, die aus Tochter, Sohn und vier bis fünf Dienstboten bestand. Am nächsten Tage schon verließen sie sämtlich das Haus. Alle waren von dem äußersten Entsetzen erfüllt. Allen war Schreckliches begegnet, ob schon jeder etwas anderes wahrgenommen haben wollte. Bei dieser Sachlage konnte ich es nicht über mich gewinnen, den Oberst etwa wegen des Kontraktbruches gerichtlich belangen zu lassen. Ja, es war mir nicht einmal möglich, ihn wegen seines Verhaltens zur Rede zu stellen. So wies ich den Generalten eine Stellung als Hüterin des Hauses an und bevollmächtigte sie, das ganze Grundstück in einzelne, kleine, möblierte Wohnungen geteilt zu vermieten. Aber was half es? Niemals hatte ich einen Mieter, der länger als drei Tage geblieben wäre. Es erübrigt sich, Ihnen all die einzelnen Geschichten zu berichten, von denen mir die Mieter erzählten. Nicht zwei Mieter haben nämlich die gleiche Erscheinung gehabt. Jedoch, mein Herr, das Beste ist, Sie schöpfen aus eigener Anschauung ein Urteil, bevor Sie das Haus mit einer vorgefassten Anschauung betreten. Freilich müssen Sie sich dagegen wappnen, allerhand Ungewöhnliches zu sehen oder zu hören, und Sie tun gut daran, alle Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die Ihnen zu Ihrer Sicherheit nötig erscheinen. Haben Sie selbst, Herr Jackson, nie ein Verlangen verspürt, einmal eine Nacht in jenem Hause zuzubringen? Gewiss, zwar bin ich keine Nacht über dort geblieben, aber drei Stunden bei hellem Tageslicht. Meine Neugierde ist allerdings nicht ganz befriedigt worden. Aber doch so weit gedämpft, dass ich wahrhaftig nicht den Wunsch hege, das Experiment je wieder zu erneuern. Jedenfalls sehen Sie, mein Herr, dass ich Ihnen durchaus nicht irgendetwas verschweige. Und wenn Ihr Verlangen nicht ganz besonders dringend und Ihr Nervensystem nicht ausnehmend widerstandsfähig ist, dann möchte ich Ihnen lieber raten, von einer solchen Nacht in jenem Hause abzusehen. Nein, mein Interesse ist ein zu starkes, sagte ich. Nur ein Feigling versteckt sich hinter die Zartheit seiner Nerven, sobald es darauf ankommt, in einer ungewöhnlichen Lage auszuharren. Übrigens sind meine Nerven durch Gefahren aller Art abgehärtet. Ich kann mich durchaus auf Sie verlassen, selbst Geistern gegenüber. Herr Jackson schien keine Gegengründe mehr vorbringen zu können. Er nahm die Schlüssel zu dem verhängnisvollen Hause aus seinem Schreibpulte, überreichte sie mir, und indem ich ihm aufrichtig für seinen Gegenkommen und die liebenswürdige Erfüllung meines Begehrens dankte, eilte ich mit den Schlüsseln triumphierend von dannen. Zu Hause angelangt, beeilte ich mich, brennend vor Ungeduld, meinen treuen Diener von der Sache in Kenntnis zu setzen. Es war ein junger Mensch von feurigem Temperament, furchtlos von Charakter und freier von abergläubischen Vorurteilen wie sonst irgendjemand. Frank, sagte ich zu ihm, kannst du dich noch besinnen, wie wir in Deutschland einst in einem alten Schlosser übernachteten und erheblich enttäuscht waren, als uns jenes Gespenst nicht erschien, das darin umgehen sollte? Weißt du noch, jenes Gespenst ohne Kopf? Nun habe ich soeben von einem Hause hier in London gehört, von welchem das Gerücht geht, dass dort die Geister sich weniger zurückhaltend benehmen. Dort möchte ich nun einmal eine Nacht zubringen. Ich kann nach allem, was ich gehört habe, auf keinen Fall daran zweifeln, dass wir dort etwas sehr Merkwürdiges hören oder sehen werden, vielleicht unter Umständen sogar einmal etwas Haarsträubendes. Wenn ich dich nun mit dahinnehme, Frank, kann ich mich da auch mit Sicherheit auf deine Geistesgegenwart verlassen, möge sich dort auch ereignen, was es auch immer sein möge? Aber gewiss, Herr, Sie können sich völlig auf mich verlassen, antwortete Frank, der vor freudiger Erwartung förmlich strahlte. Nun schön, hier ist die Adresse und der Schlüssel zu jenem Hause. Geh nun voraus, wähle mir nach deinem Belieben ein Schlafzimmer dort aus, und da schon seit Wochen jenes Haus unbewohnt ist und keine Seele die Räume betreten hat, so mache ein ordentliches Feuer, lüfte die Betten gehörig und sorge dafür, dass Lichter und Brennstoff in genügender Weise vorhanden sind. Zu deiner Sicherheit kannst du hier meinen Revolver und meinen Dolch mitnehmen. So bist du wohl ausgerüstet. Und wenn wir nachher nicht selbst einem ganzen Dutzend Gespenstern gewachsen wären, dann wären wir wahrhaftig ein paar traurige Wichte. Da ich nun für den Rest des Abends durch Geschäfte dringender Natur sehr in Anspruch genommen war, blieb mir nicht ein Mammuse über das zu erwartende nächtliche Abenteuer, das zu bestehen mir förmlich ein Ehrenpunkt geworden war, groß nachzugrübeln. Ich nahm mein Abendbrot ziemlich spät und allein ein, wobei ich nach meiner alten Gewohnheit während des Essens las. Die Lektüre, die ich gewählt hatte, waren Macaulays Essays. Ich beschloss, das Buch mit in das Haus zu nehmen, denn es war von so kernigem Stil, es enthielt so viel gesunde Lebensweisheit, dass es mir förmlich wie ein praktisches Gegengift gegen die Einflüsse überreizter Fantasie und abergläubischer Einbildungen dienen konnte. Ungefähr halb zehn Uhr steckte ich das Buch zu mir und schlenderte gemächlich nach dem geheimnisvollen Hause hin. Mein Begleiter war mein Lieblingshund, ein außergewöhnlich schneidiger Bullterrier. Ein Hund, der nachts in den unheimlichsten Schlupfwinkeln und Durchgängen auf den Fang nach Ratten herumzuschleichen pflegte. Jedenfalls ein Hund, wie kein zweiter geschaffen, auch dem schrecklichsten Gespenste standzuhalten. Es war eine kühle Sommernacht. Der Himmel war von leichten Wolkengebilden überzogen, doch war der Mond noch sichtbar, ob schon sein Licht nur trübe herabstrahlte. Imrin war doch Mondschein, und wenn die Wolken sich etwas verzogen haben würden, so konnte vielleicht gegen Mitternacht das Gestirn in seinem vollen Glanze leuchten. Ich erreichte das Haus, klopfte an die Tür, und mein Diener öffnete mir mit einem höchst vergnügten Gesicht. Herr, es ist alles in bester Ordnung und wirklich ganz gemütlich hier. So, entgegnete ich geradezu enttäuscht, ist dir denn gar nichts Merkwürdiges begegnet? Allerdings, Herr, wenn ich offen sein soll, etwas Merkwürdiges habe ich schon gehört. Nun was denn? Sprich doch! Ich hörte hinter mir ein Geräusch wie von trappelnden Fußtritten, und ein oder zweimal hörte ich ein leises Flüstern ganz nahe an meinem Ohr. Weiter wüßte ich nichts zu berichten. Du hast dich aber dadurch nicht im geringsten ins Boxhorn jagen lassen. Iwoher, in keiner Weise. Der mutige Ausdruck des jungen Mannes bürgte mir von neuem dafür, dass er mich sicherlich nicht im Stiche lassen würde. Geschehe auch, was da wolle. Wir standen in der Hausflur, die Haustür war geschlossen, da begann der Hund, meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Der Hund war zuerst ganz munter in das Haus hineingelaufen, aber plötzlich kroch er wieder zur Eingangstür zurück, kratzte und winselte, und gab durch alles das zu erkennen, daß er durchaus hinausgelassen werden möchte. Ich beugte mich zu ihm nieder, streichelte seinen Kopf, was ihn einigermaßen ermutigt zu haben schien, so daß der Hund sich zu beruhigen anfing. Aber während er mir und Frank jetzt durch das Haus folgte, hielt er sich merkwürdig dicht an meine Fersen, ganz gegen seine sonstige Gewohnheit, munter vorauszuspringen, um schnuppern das fremde Terrain zu erkunden. Wir untersuchten zuerst die im Untergeschoss gelegenen Zimmer, dann die Küche, das Speisegewölbe und vor allen Dingen den Keller, in welchem sogar noch einige völlig mit Spinnengeweben überzogene Flaschen Wein lagerten, allem Anschein nach seit sieben Jahren von keiner Hand berührt. Das eine schien festzustehen, Alkohol liebten die Geister nicht. Im Übrigen entdeckten wir nichts weiter Bemerkenswertes. Hinter dem Hause erstreckte sich ein düsterer, von hohen Mauern ringsumgebener Hinterhof. Seine Steinplatten waren feucht und mit einer Schicht von Staub und Ruß bedeckt, auf welcher unsere Fußtritte natürlich sofort leichte Spuren hinterließen. Jetzt zeigte sich in dieser merkwürdigen Umgebung die erste Außergewöhnlichkeit. Ich sah, wie sich plötzlich vor mir auf dem feuchten Gestein ganz von selbst eine fremde Fußspur bildete. Ich stand still, fasste meinen Diener am Arm und deutete nach jener Stelle hin. Soeben formte sich eine zweite Fußspur. Wie ich rasch auf sie zutrat, entstand wieder vor mir eine kleine Fußstapfe, wie vom Fuße eines Kindes. Indes war der Abdruck zu schwach, um die Form genau unterscheiden zu können. Aber jedenfalls schien es uns beiden, als ob das der Abdruck eines nackten Kinderfußes sei. Während wir vorwärts schritten, sahen wir diese Fußstapfen immer vor uns in fortschreitender Richtung. Die seltsame Erscheinung verschwand, als wir an der gegenüberliegenden Mauer angekommen waren und wiederholte sich auch nicht auf unserem Rückwege zu unserem Ausgangspunkte. Wir stiegen die Treppe wieder hinauf und betraten die Zimmer des Erdgeschosses, das Speisezimmer, ein kleines Wohnzimmer und einen dritten, noch kleineren Raum, der vermutlich eine Art Gesindezimmer darstellte. Überall herrschte ein grabeinliches Schweigen. Dann suchten wir die Salons auf, deren Einrichtung noch neu zu sein schien. Im Vorderzimmer angelangt, setzte ich mich in einen Lehnstuhl. Frank stellte das Licht, mit dem er mir geleuchtet hatte, auf den Tisch. Ich befahl ihm, die Tür zu schließen. Da! Als er sich umwandte, meinen Befehl auszuführen, begann mir gegenüber ein an der Wand stehender Stuhl, sich schnell und geräuschlos fortzubewegen und blieb einen Meter vor mir entfernt, mir gegenüber stillstehen. Nun, wenn es weiter nichts ist, dachte ich bei mir und lachte dazu. Das ist mir immer noch lieber als Tischrücken. Während ich aber lachte, warf mein Hund den Kopf zurück und fing an zu heulen. Meinem Diener Frank war die Wanderschaft des Stuhles entgangen, da er sich gerade weggewandt hatte. Er beschäftigte sich jetzt damit, den Hund zu beruhigen. Ich hatte aber ununterbrochen den Stuhl im Auge behalten, und wie es mir schien, glaubte ich, die Umrisse einer menschlichen Gestalt zu erkennen, gleichsam wie aus bläulichem Dunst gewoben. Aber die Linien und Umrisse waren so unklar, dass ich meinem eigenen Wahrnehmungsvermögen zu misstrauen anfing. Auch der Hund hatte sich inzwischen wieder beschwichtigen lassen. Stelle diesen Stuhl hier mir gegenüber an die Wand zurück, sagte ich zu Frank. Er tat nach meinem Befehl. Waren Sie das Herr? fragte er, während er meinen Befehl ausführte und wandte sich kurz dabei um. Was meinst du? Ich bekam eben einen Schlag, gerade hier an der Schulter, ziemlich schmerzhaft. Nein, sagte ich, ich habe dir nichts getan. Aber wir haben es hier offenbar mit Gauklern zu tun, und wenn wir auch nicht gleich ihren Kunststückchen auf die Spur kommen, so werden wir sie doch erwischen, ehe sie uns in Furcht versetzt haben. Wir hielten uns nun nicht weiter in den Zimmern auf. Sie waren auch so feucht und kühl, dass es mir lieb war, hinauf in mein wohldurchwärmtes Zimmer zu kommen. Wir verschlossen die Türen der Wohnzimmer, eine Vorsichtsmaßregel, welche wir übrigens durchgängig beobachtet hatten, auch beim Durchsuchen der übrigen Räume im Hause. Das von meinem Diener für mich gewählte Schlafzimmer war das Beste im ganzen ersten Stockwerk. Höchstgeräumig hatte es nach der Straße zu zwei Fenster. Das altertümliche Bettgestell, das dem Kamin gegenüberstand, in welchem ein lustiges Feuer brannte, nahm einen nicht unbeträchtlichen Raum ein. Zwischen Fenster und Bett befand sich eine Tür, die in die Nebenstube führte, in der sich mein Diener häuslich eingerichtet hatte. Es war dies nur ein sehr kleines Gemach, in welchem nichts stand als ein Schlafsofa. Es hatte auch sonst keine Tür oder irgendeinen Ausgang nach dem Treppenhause. Kurzum, von diesem Zimmer führte nur ein Ausgang zu meinem Zimmer. Zu beiden Seiten meines Kamins waren Wandschränke ohne Schlösser angebracht, die mit derselben einförmigen, dunklen Tapete überklebt waren, wie die Zimmerwand. Wir unterzogen die Schränke einer genauen Untersuchung. Es war nichts weiter drin als einige Haken zum Aufhängen weiblicher Kleidungsstücke. Wir erforschten die Dichtigkeit der Wände, nirgends fanden wir etwas Auffallendes. Die Mauern schienen offenbar durchaus massiv zu sein. Jedenfalls bemerkten wir keinerlei Hohlräume. Nachdem wir so alles durchforscht hatten, stellte ich mich einen Augenblick zur Erwärmung an den Kamin, zündete eine Zigarre an und ging dann in Gemeinschaft mit Frank daran, das Haus weiter zu durchforschen. Auf dem Treppenvorplatz vor unseren Gemächern war eine zweite, festverschlossene Tür. »Merkwürdig, Herr«, sagte mein Diener in offenbarer Bestürzung, »als ich herkam, schloss sich diese Tür so gut wie alle übrigen auf. Von innen verriegelt kann sie doch unmöglich sein, denn es ist...« Ehe er den begonnenen Satz zu Ende gebracht hatte, ging plötzlich diese Tür langsam und ruhig von selbst auf, ohne dass einer von uns sie irgendwie berührt hätte. Wir sahen uns gegenseitig einen Augenblick voll tiefsten Erstaunens an. Wir waren beide von ein und demselben Gedanken beseelt. Hier mußte irgendwie eine menschliche Einwirkung zu entdecken sein. Ich schritt zuerst in das Zimmer hinein. Mein Diener folgte mir. Wir sahen uns in einem kleinen, öden, düsteren Zimmer ohne jede Ausstattung. Nur einige leere Koffer und Körbe lagen in einer Ecke herum. Die Läden des einzigen schmalen Fensters waren geschlossen. Es fand sich nicht einmal ein Kamin vor. Auch erblickten wir keine andere Türe als diejenige, durch die wir reingetreten waren. Ob schon der Fußboden sehr alt, abgetreten, wurmstichig und uneben war, bedeckte ihn keinerlei Teppich, sodass die helleren, ausgebesserten Flecke der Diele deutlich hervortraten. Kein lebendiges Wesen war zu erblicken. Allerdings hätte man auch nicht gewusst, wo etwas sich eines hätte verbergen können. Da, während wir noch so dastanden und unsere Augen herumgehen ließen, schloß sich plötzlich die Tür wieder von selbst, genau so ruhig und langsam, wie sie sich kurz zuvor vor uns aufgetan hatte. Wir sahen uns gefangen. Da wollte mich zum ersten Male denn doch ein unaussprechliches Schaudern überschleichen. Nicht so dagegen, meinen Diener. Ich glaube gar, Herr, die denken uns zu fangen. Aber keine Sorge, ein Stoß meines Fußes und diese morsche Tür fliegt sofort wieder auf. Zuerst versuche einmal, ob du sie nicht durch einen Handdruck öffnen kannst, sagte ich, und suchte die Furcht von mir zu schütteln, die mich doch nun überschleichen wollte. Ich werde inzwischen die Fensterläden aufmachen, um mich zu überzeugen, wie es draußen aussieht. So schob ich denn den Riegel zurück. Das Fenster ging auf den kleinen Hof hinaus, den ich oben beschrieben habe. An dem Mauerwerk konnte ich keinen Vorsprung entdecken. Senkrecht ging die Wand hinab. Somit hätte niemand, um durch dieses Fenster hereinzukommen oder zu entfliehen, irgendwo an der Hauswand festen Fuß fassen können. Er wäre ohne weiteres glatt auf den Hof hinuntergestürzt. Inzwischen hatte Frank die ganze Zeit über sich vergeblich bemüht, die Tür aufzumachen. Schließlich kehrte er sich nach mir um und bat um meine Erlaubnis, mit Gewalt die Tür öffnen zu dürfen. Um dem jungen Menschen sein Recht widerfahren zu lassen, sei hier nochmals festgestellt, dass er wirklich in bemerkenswerter Weise völlig frei von irgendwelcher Furchtsamkeit war. Ich muss gestehen, seine Kalbblütigkeit, seine Gemütsruhe, ja, man darf sagen, Heiterkeit, zwangen mir Bewunderung ab, zumal die Verhältnisse doch wirklich außergewöhnlich lagen und jeden anderen in Schrecken versetzt haben würden. Ich durfte mir wirklich Glück wünschen, einen so tapferen Burschen als Gefährten bei diesem ganz seltsamen Abenteuer zu haben. Und so gab ich ihm dennoch gerne die erbetene Erlaubnis. Aber siehe da, ob schon Frank mit außergewöhnlich starken Kräften begabt war, schien er doch völlig außerstande, sein Vorhaben auszuführen. Die Tür rührte sich nicht, trotz der stärksten Stöße. Atemlos und nun doch beinahe ein wenig zitternd, sei es vor Kraftanstrengung, sei es doch von einem Anflug von Furcht, ließ er von seinen Bemühungen ab. Jetzt versuchte ich mich daran, die Türe aufzusprengen, gleichfalls völlig vergeblich. Als ich mit meinen Versuchen aufhörte, überfiel mich wieder jenes namenlose Angstgefühl von vorhin, diesmal freilich viel stärker, hartnäckiger, ja nahezu unbezwinglich. Mich überschlich ein Gefühl, als stiege aus den Ritzen dieser abgetretenen Diele etwas Geisterhaftes, Schreckliches empor und füllte die Atmosphäre mit einem giftigen Dunste jedem Leben Feind. Da öffnete sich die Tür wiederum langsam und geräuschlos, ganz wie von selbst, wie vorher. Rasch schalten wir auf den Treppenabsatz hinaus. Da sahen wir beide ein großes, bleiches Licht vor uns herschweben, von der Größe einer menschlichen Gestalt, doch form- und wesenlos. Die Erscheinung bewegte sich die Treppe hinauf, die zum Dachboden führte. Ich folgte ihr, und mein Diener hielt sich dicht hinter mich. Die Erscheinung drang in eine kleine Dachkammer ein, die zur Rechten des Treppenabsatzes gelegen war, und deren Tür offen stand. Sofort kam auch ich hinterher. Da, seltsam! Das große Licht schrumpfte zu einer kleinen Kugel zusammen, die strahlend und lebhaft leuchtend einen Augenblick lang über einem Bette in der Ecke des Gemachers schwebte, ein wenig aufflackerte und dann dahinschwand. Wir näherten uns dem Bett und unterzogen es einer genauen Untersuchung. Es war ein einfaches, eisernes Gestell, wie man es oft auf Böden, die für die Dienstboten zum Schlafen bestimmt sind, findet. Neben dem Bett stand eine Kommode. Auf ihr lag ein altes, verblichenes, seidenes Halsduch. Es steckte sogar noch eine Nadel darin. Dicker Staub bedeckte das Tuch. Wahrscheinlich war es das Eigentum der alten, letzthin verstorbenen Haushüterin gewesen. Vielleicht war dieser Raum sogar ihr Schlafzimmer gewesen. Die Neugierde trieb mich, die Fächer der Kommode aufzuziehen. Es kamen keine besonderen Überraschungen zutage, nur allerlei Überreste weiblicher Kleidungsstücke und zwei mit einem gelben Bande zusammengebundene Briefe. Ich zögerte nicht, dieselben an mich zu nehmen. Sonst fanden wir nichts Bemerkenswertes weiter in der Dachkammer vor. Auch die Lichterscheinung zeigte sich nicht wieder. Wohl aber hörten wir deutlich so etwas wie leise trippelnde Schritte dicht vor uns. Wir suchten nun auch die vier bis fünf weiteren Bodengelasse ab. Die geheimnisvollen Fußtritte liefen uns stets voraus. Nichts war zu sehen, durchaus nichts. Aber desto deutlicher immer drang das Geräusch dieser vor uns hergehenden Schritte an unser Ohr. Während des ganzen Suchens hielt ich jene beiden Briefe fest in der Hand. Da, als ich eben die Treppe hinabstieg, fühlte ich auf einmal deutlich, wie meine Handgelenke umklammert wurden, gleichsam, als wäre versucht, mir die Briefe zu entwenden. Ich schloss meine Hand fester um meinen Raub, und siehe, der Druck am Gelenk ließ nach. So erreichten wir wieder mein Schlafzimmer. Da erst fiel es mir auf, dass ja mein Hund mir gar nicht gefolgt war, und noch eigentümlicher berührte es mich zu sehen, wie er sich zitternd dicht an den Kamin hindrängte. Vor Ungeduld faltete ich die Briefe auseinander, und während ich sie aufmerksam durchlas, nahm mein Diener die Waffen, die er nach meinem Befehle mitgenommen hatte, aus ihren Futeralen und legte sie auf einen Tisch am Kopfende meines Bettes. Dann bemühte er sich, den Hund zu beschwichtigen, der so seltsam aufgeregt schien. Aber das Tier gab auf seine Liebkosungen nicht Acht, die geheimnisvolle Unruhe wollte nicht von ihm weichen. Die Briefe waren nur kurz, sie waren datiert, und die Daten waren jetzt gerade genau fünfundfünfzig Jahre alt. Offenbar waren sie von einem Liebhaber an seine Erwählte, oder von einem Gatten an seine junge Frau gerichtet. Durch bestimmte Ausdrücke, sowie einige Anspielungen auf eine frühere Seereise, durfte man auf einen Seemann als den Absender dieser Briefe schließen. Mit der Rechtschreibung und der Handschrift war es nicht weit her. Beides verriet nur eine mittelmäßige Bildung. Dennoch lag im sprachlichen Ausdruck etwas wie zwingende Gewalt. Durch alle zärtlichen Ausdrücke hindurch klang eine Art von wilder Leidenschaft, und an manchen Stellen des Briefes fanden sich dunkle, unverständliche Andeutungen auf ein Geheimnis. Freilich kein Geheimnis zarter Liebe, sondern eines Verbrechens. Ende von Abschnitt 1 Abschnitt 2 von Das Haus des Schwarzen Magiers von Edward Pulver-Lytton Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Claudia Sterngucker Wir müssen zueinander halten, so lautete zum Beispiel eine der Stellen, deren ich mich noch deutlich erinnere, denn wir würden beide von jedermann verabscheut, käme alles ans Licht. Eine andere Stelle lautete, Hüte dich ja, mit jemand in einem Zimmer zu schlafen, denn du sprichst im Schlafe. Weiter hieß es, Das Geschehene ist nicht mehr zu ändern, und ich sage dir, wir haben keine Zeugen zu befürchten, es sei denn, die Toten kehrten zum Leben zurück. An dieser Stelle hatte eine weibliche Handschrift hinzugefügt und diese Worte unterstrichen. Sie stehen wieder auf. Am Schluss des Briefes, der das neuere Datum trug, hatte schließlich dieselbe weibliche Hand die Worte hinzugefügt, gestorben auf dem Meere am 4. Juni an demselben Tage als In Gedanken über das Gelesene verloren ließ sich die Hand sinken. Doch fürchtete ich, mich allzu sehr in Träumereien zu versenken, meine Nerven aufzuregen und somit nicht mehr mit voller Klarheit die Dinge um mich her beobachten zu können. Ich war aber im Gegenteil entschlossen, meinen Geist in der vollsten Aufnahmefähigkeit, meine Nerven in sich gleichbleibender Spannkraft zu erhalten, um gegen alles Wunderbare gewappnet zu sein, was die hereinbrechende Nacht mir vielleicht bescheren würde. Denn inzwischen war immer mehr die Nacht vorgerückt. Ich raffte mich auf, legte die Briefe auf den Tisch, schürte erst noch einmal das Feuer an, das munter aufknisterte und machte mich dann an meinen Band Macaulay. Bis ungefähr halb zwölf Uhr las ich darin mit leidlicher Gemütsruhe. Dann warf ich mich in den Kleidern aufs Bett, hieß meinen Diener, sich in sein Zimmer zurückzuziehen, aber gebot ihm, sich wach zu erhalten und die Verbindungstüre unserer beiden Zimmer nicht zu schließen. Auf dem kleinen Nachttisch zu Häupten meines Bettes ließ sich zwei Lichter ruhig fortbrennen. Meine Uhr legte ich neben die Waffen und war bald wieder so weit gesammelt, um in meinem Macaulay fortzufahren. Das Feuer flackerte munter mir gegenüber und auf dem Teppich vor dem Kamin hatte sich der Hund, der augenscheinlich nun doch eingeschlafen war, dahingestreckt. Es mochten ungefähr zwanzig Minuten vergangen sein, als ich eine eisig kalte Luft an meiner Wange vor Überstreifen fühlte. Zuerst dachte ich, die Tür zu meiner Rechten, die nach dem Treppenvorplatz hinausging, wäre aufgegangen. Doch nein, sie war geschlossen wie vorher. Ich wendete nun meinen Blick nach der linken Seite und sah, wie die Flamme meiner Kerze heftig hin- und herflackerte, wie wenn sie durch einen Wind bewegt würde. In demselben Augenblicke glitt die Taschenuhr, die auf dem Nachttischchen neben meinem Revolver lag, ganz sacht vom Tisch, leise und ruhig, wie von unsichtbarer Hand fortgezogen. Schon war sie verschwunden. Ich sprang vom Bette empor, ergriff mit einer Hand den Revolver, mit der anderen den Dolch, denn ich verspürte keine Lust, dass meine Waffen den gleichen Weg wie meine Uhr nehmen sollten. So bewaffnet spähte ich in dem Zimmer, auf dem Fußboden, überall herum, aber nirgendwo eine Spur von meiner so geheimnisvoll vorgezogenen Uhr zu erblicken. Jetzt, auf einmal, hörte ich am Kopfende meines Bettes drei abgemessene, bestimmte Schläge. Haben Sie geklopft, mein Herr, rief mein Diener. Nein, doch pass auf und sei auf deiner Hut. Jetzt war der Hund auch erwacht, setzte sich aufrecht auf die Hinterbeine, spitzte die Ohren und bewegte sie, wie von einer bestimmten Erregung erfasst, hin und her. Er sah mich dabei mit einem so sonderbar beretsamen Blick an, dass ich meine volle Aufmerksamkeit auf das Verhalten des Tieres richtete. Plötzlich erhob sich der Hund langsam. Jedes Haar an ihm sträubte sich empor. Er stand ganz starr und wie festgebannt da und hatte im Auge einen seltsamen, wilden Blick. Doch blieb mir keine Zeit, den Hund länger zu beobachten. Mein Diener stürzte plötzlich aus seinem Zimmer heraus. Wenn je in einem menschlichen Angesicht sich alle Zeichen des Entsetzens wiedergespiegelt hatten, so war es in dem seinigen. Ich hätte wahrhaftig meinen eigenen Diener nicht erkannt, wenn er mir mit diesem Ausdruck im Gesicht auf der Straße begegnet wäre. So verzerrt waren seine Züge. Er stürzte an mir vorbei und flüsterte in einem Ton, der kaum von seinen Lippen zu kommen schien. Eilen Sie! Fliehen Sie so rasch Sie können! Es ist hinter mir! Er erreichte die Tür zum Vorplatz, schloss sie auf und raste hinaus. Ich eilte ihm unwillkürlich nach, bemühte mich, ihn zurückzurufen. Aber ohne, dass er im Geringsten auf mich achtete, sprang er die Treppe eilends hinab, wobei er sich krampfhaft am Geländer festhielt, in solcher Eile, dass er oft mehrere Stufen auf einmal nahm. Schon hörte ich, wie er die Haustür öffnete, wie sie wieder zugeworfen wurde. Ich war allein im Geisterhause. Ich muss gestehen, ich schwankte einen Augenblick, ob ich meinem Diener folgen sollte oder nicht, aber Stolz und auch Neugier hielten mich von dem feigen Verlassen des Schauplatzes der so geheimnisvollen Vorgänge ab. Ich ging wieder in mein Zimmer zurück, schloss die Tür hinter mir und trat mit gebührender Vorsicht in das kleine Nebenzimmer meines Dieners. Aber nichts fand ich darin, woraus ich mir seinen Zetzen hätte erklären können. Nochmals prüfte ich sorgfältig die Wände ab, tastete allenthalben herum, ob nicht doch vielleicht irgendwo eine geheimnisvolle Türe verborgen wäre. Doch nirgends war die Spur einer solchen zu finden, nicht das kleinste Risschen oder sonst ein Merkmal ließ sich an der dunkelbraunen Tapete erkennen. Was es auch immer gewesen sein mochte, was meinen Diener so sehr erschreckt hatte, die eine Überzeugung drängte sich mir auf, dass es nur durch mein Zimmer zu ihm Zutritt erlangt haben musste. Ich kehrte in meinen eigenen Schlafrand zurück, schloß und verriegelte die Tür zum Nachbarkabinett und stellte mich erwartungsvoll an den Kamin, mutig der Dinge harrend, die da kommen sollten. Jetzt bemerkte ich, dass mein Hund in eine Ecke des Zimmers gekrochen war und sich derartig gegen eine bestimmte Stelle der Wand andrückte, als wolle er buchstäblich hier mit dem Kopfe durch die Wand gehen. Ich näherte mich dem armen, geängstigten Tiere und sprach ihm beruhigend zu. Das arme Geschöpf war augenscheinlich ganz außer sich vor Furcht. Es fletschte die Zähne, von seinem Kiefer tropfte der Geifer der Angst und Wut herab, und sicherlich würde mich mein eigener Hund in diesem Augenblicke gebissen haben, wenn ich es gewagt hätte, ihn zu berühren. Nicht einmal mehr mich zu kennen, schien er. Man kann sich am besten eine Vorstellung machen von der besinnungslosen Angst, die den Hund angefallen hatte, wenn man sich ein Kaninchen vorstellt, das in einem zoologischen Garten in den Käfig einer Schlange gesteckt, dort durch den Blick des Reptils in eine Ecke gebannt, seine Todesstunde erwartet. Alle meine Bemühungen, meinen Hund zu beruhigen, scheiterten. Ja, ich musste fürchten, dass sein Biss wie beim tollwütigen Hunde giftig sein könnte, und scheutete es halt doppelt, ihn zum Beißen zu reizen. So überließ sich denn den Hund sich selbst, legte meine Waffen auf den Tisch neben dem Kamin nieder, setzte mich hin und versuchte wieder, mich in meinen Mekali zu vertiefen. Dem Leser könnte es scheinen, dass ich mit einem Mute prahlen möchte, der mir nicht eigen gewesen wäre, oder dass ich die Kaltblütigkeit größer hinstelle, als ich sie wirklich an jenem Abend bewiesen habe. Daher sei es erlaubt, an dieser Stelle einige Bemerkungen einfließen zu lassen, die auf solche geheimnisvollen Vorgänge Bezug haben. Meiner Meinung nach bedingt Geistesgegenwart oder das, was man sonst für gewöhnlich Mut, Entschlossenheit, Kalblütigkeit oder wie immer nennt, vor allem ein möglichst genaues Vertrautsein mit den Dingen, denen man sich entschlossen gegenüberzustellen gedenkt. Hier handelt es sich um Erfahrungen und Erscheinungen, die dem Reiche des Geheimnisvollen angehören, und ich muss sagen, ich war mit diesen Dingen in meinem Leben schon reichlich vertraut worden. In verschiedenen Weltteilen, unter verschiedenen Himmelstrichen, war ich Augenzeuge von so vielerlei höchst seltsamen Begebnissen gewesen, von Erscheinungen, die, wenn ich sie hier alle aufzählen wollte, entweder allgemeinem Zweifel begegnen oder auf unnatürliche Ursachen zurückgeführt werden würden. Meiner Ansicht nach gibt es aber so etwas Übernatürliches in Wirklichkeit gar nicht. Es hängt das nur mit der Unzulänglichkeit unserer Erfahrungen zusammen, und wir pflegen Übernatürliches das zu nennen, was wir uns bisher nur noch nicht genügend haben erklären können. Gemäß dieser Anschauung würde ich, wenn vor meinen Augen auf einmal ein Geist erschiene, nicht das Recht haben zu sagen, das Übernatürliche ist hier verwirklicht, sondern vielmehr, entgegen den bisherigen Ansichten, muss man es als innerhalb der Naturgesetze betrachten, wenn ein Geist sich sichtbar macht. Mit anderen Worten, etwas Übernatürliches ist nicht eingetreten, sondern etwas Natürliches. Überall, wo ich bisher als Zeuge anwesend war, oder bei allen Seltsamkeiten, welche die Propheten des Übernatürlichen in unserem Zeitalter als wirkliche Vorgänge hinstellen, wird eine tatsächliche, lebendige Mittelsperson erfordert. Immer noch finden sich Leute, sozusagen Wundermänner, welche behaupten, Geister beschwören zu können. Wenn wir einmal annehmen, dass diese Behauptung wahr sei, so hätten wir in der Person dieser Leute jene, wie oben bemerkt, verlangte Persönlichkeiten von Mittlern, durch deren Tun sich gewisse seltsame Phänomene für unsere Sinne verdeutlichen. Dabei haben natürlich eine Reihe gesetzmäßiger Einzelheiten mitzuwirken, um diese Erscheinungen hervorzurufen. Wir wollen einmal annehmen, dass die vielen Erzählungen von Geistermanifestationen in Amerika auf wirklicher Grundlage beruhen, so zum Beispiel das Erschallen musikalischer oder anderer Töne, das Schreiben auf Papier von einer unsichtbaren Hand, das Bewegen von Möbeln und anderen Gegenständen ohne sichtbare menschliche Beihilfe, das tatsächliche Erscheinen oder die Berührung von Händen, die sich an keinen lebendigen, sichtbaren Körper anzusetzen scheinen und so weiter. Alle diese, bis jetzt aus unerklärlich bezeichneten Erscheinungen, bedürfen eines Mediums, daher eines lebendigen Wesens, das durch bestimmte, in ihren Eigenheiten nur noch nicht genügend erforschte Voraussetzungen befähigt ist, dergleichen Manifestationen hervorzubringen oder vielmehr zu vermitteln. So sind denn bei allen sogenannten Wundern, vorausgesetzt, dass wirklich kein Betrug oder auch nur eine unabsichtliche Täuschung im Spiele ist, stets menschliche Wesen gleich uns selbst in Tätigkeit, von welchen oder durch welche die eben beschriebenen Erscheinungen und Wirkungen ausgehen. Das Gleiche findet mit den heutzutage allgemein bekannten und anerkannten Erscheinungen des Mesmerismus statt. Auch bei diesem Phänomen sehen wir den Willen der behandelten Person durch eine wirkliche, lebendige Kraft beeinflusst. Es hat jedenfalls als Wahrheit zu gelten, dass eine mesmerisierte oder wie wir heute sagen würden, eine hypnotisierte Person durchaus gezwungen ist, dem Wunsche oder den Befehlen des Hypnotiseurs oder Magnetiseurs zu folgen, der auf sie seinen Einfluss ausübt. Selbst wenn dies nicht bei unmittelbarer Anwesenheit, sondern auf weite Entfernungen hingeschieht, so haben wir uns immer eine Art tatsächliche, materielle Einwirkung vorzustellen, bei welcher irgendeine wesenhafte Erscheinung mögen wir dieselbe nun Elektrizität, Odismus, Magnetismus, Hypnotismus, Suggestion oder wie sonst immer nennen, die Kraft hat, selbst weite Räume zu durchdringen, die Wirkung der Zeit aufzuheben und alle Hindernisse zu überwinden, die sich im alltäglichen Leben einer Wirkung von einem Punkt zum anderen entgegenzustellen pflegen. Was ich nun in diesem Gespensterhause bisher erfahren hatte und noch weiterhin in Erfahrung bringen würde, das alles schuf in mir die feste Überzeugung, dass auch bei diesen Erscheinungen eine Kraft oder ein Medium in Wirksamkeit trete, das wahrscheinlich gerade so vergänglich wie ich selbst sein würde. Diese Überzeugung brachte mich von jedem Furchtgefühl ab, was man sonst ganz natürlicherweise hätte haben können, wenn man in den außerordentlichen Begebenheiten dieser seltsamen Nacht übernatürliche Dinge zu erblicken meinte, Dinge, die sich in dem gewöhnlichen Lauf des naturgesetzlichen Geschehens sonst nicht einfügten. So war es mir zur vollen Überzeugung geworden, dass alles, was ich hier mit meinen eigenen Sinnen wahrgenommen hatte und noch wahrnehmen würde, auf ein menschliches Wesen zurückzuführen sei, das eben mit der Kraft begabt war, sich in dieser Weise zu manifestieren und das zugleich dazu von freilich jetzt noch mir unbekannten Beweggründen geleitet werde. So sehr hatte diese Überzeugung, die, weil ich mir philosophisch als abergläubisch genannt werden durfte, sich in mir gefestigt, dass ich durchaus aus der Wahrheit gemäß behaupten darf, hier in einer so ruhigen Stimmung für exakte Beobachtungen gewesen zu sein, wie nur irgendein naturwissenschaftlicher Forscher, der zum Beispiel die Zusammensetzung einer seltenen chemischen Verbindung experimentell zu erforschen sucht. Indem ich so in meinem Gehirn alle überflüssigen Einbildungen und Fantasien ausschaltete, hielt ich meinen Verstand frei für eine tatsächlich objektive Beobachtung und aus dieser ruhigen Stimmung heraus konnte ich meinen Geist an der Lektüre des klaren, verständigen McCauley ergötzen. Während ich also ruhig in dem Buch erlas, merkte ich auf einmal, dass auf das Blatt ein Schatten fiel, gleichsam, als wenn sich zwischen das Licht und das Buch etwas stellte. Ich nahm nun auch in der Tat etwas wahr, was zu beschreiben mir nur äußerst schwer, ja vielleicht überhaupt nicht gelingen wird. Ich sah ein dunkles Etwas vor mir, das sich wie aus der Luft heraus von selbst bildete und sehr unbestimmte Umrisse zeigte. Es wäre zu viel gesagt, wenn man es mit einer männlichen Gestalt verglichen hätte, gleichwohl hatte es eine große Ähnlichkeit mit einer solchen oder vielleicht noch besser mit dem Schatten einer menschlichen Erscheinung. Je länger ich diese Erscheinung anblickte, desto mehr lösten sich Licht und Schatten voneinander, desto größer schien das Ganze zu werden, bis das oberste Ende der nebelhaften Erscheinung fast die Decke berührte. Während ich unablässig daraufhin starrte, empfand ich einen Hauch durchdringender Kälte. Diese hätte sich nicht stärker zeigen können, wenn direkt vor mir ein Eisberg aufgetaucht wäre. Ja, ich bezweifle, ob selbst ein solcher eine derart intensive Kälte hätte ausstrahlen können. Diese Kälte war auch wirklich physischer Natur und nicht etwa bloß der Ausdruck einer entsetzensvollen Furcht, von der ich mich übrigens frei fühlte. Während ich ohne Schwanken fortfuhr, das ungeheure Phänomen fest im Auge zu behalten, glaubte ich schließlich, doch mit voller Bestimmtheit möchte ich das nicht behaupten, zwei Augen deutlich zu unterscheiden, die von der Höhe der nebelhaften Gestalt herab auf mich niedersachen. Es war seltsam. In diesem Augenblick glaubte ich, die Augen ganz deutlich zu erkennen, in jenem waren sie schon wieder verschwunden. Dann aber schienen zwei Strahlen bläulichen Lichtes durch den Nebel heraufzudringen, und zwar von jener Stelle aus, an welcher ich eben vorher noch Augen wahrzunehmen geglaubt hatte. Ich versuchte zu sprechen, doch meine Stimme versagte völlig. Da überschlich mich doch der Gedanke, ist dies Furcht? Nein, ich kannte wirklich keine Furcht. Es war etwas anderes. Ich wollte aufstehen, doch vergebens. Wie von einer unsichtbaren Gewalt wurde ich niedergehalten. Es war ganz so, als herrschte ein fremder Wille über dem Meinen, gegen den sich aufzulehnen ganz unmöglich sei. Immer stärker fühlte ich das Bewusstsein äußerster Hilflosigkeit, die Empfindung, gegen eine unendlich überlegene Kraft zu kämpfen, eine Kraft ungefähr der Art, wie sie sich bei einem Seesturm oder einer Feuersbrunst entwickelt und ebenfalls von Menschenwillen nicht zu besiegen ist. Jedenfalls stand meinem Willen ein Mächtigerer entgegen, dessen Überlegenheit ich mehr und mehr zu empfinden anfing. Und nun, da diese unsichtbare Gewalt immer mehr über mich Macht gewann, befiel mich ein Entsetzen, das jeder Beschreibung spottete. Mein Mut war dahingeschwunden, nur mein Stolz war es, der mich einigermassen noch aufrechter hielt. Ich sagte mir selbst, das ist Entsetzen, aber nicht Gedankenfurcht. Solange ich diese Letzteren nicht aufkommen lasse, solange wird mich nichts anfechten. Meine Vernunft hält das, was mich umgibt, für ein Gebilde der Fantasie. Nein, alles ist bloß Täuschung. Ich bin nicht furchtsam, so sprach ich zu mir selber, und unter Meinfluss dieser Selbstermutigung gelang es mir schließlich, nach einer heftigen Überwindung meiner Willensschwäche, meine Hand nach den Waffen auszustrecken, die auf dem Tische lagen. Aber wie ich eben dieses tat, ging ein seltsamer Ruck durch meinen Arm, durch meine Schulter, und kraftlos sank meine Hand nieder. Gleichsam, um das Maß des Grauenvollen überfließen zu lassen, nahm der Glanz der Lichter mehr und mehr ab. Nicht, dass sie etwas sofort auslöschten, aber die Flamme der Kerze schien nach und nach von selbst immer kleiner zu werden. Genauso geschah es mit dem Feuer im Kamin. Die Flammen schienen sich in die Kohlen hinein zu verkriechen, die Glut langsam ins Erlöscher zu geraten und wenige Minuten erst waren vergangen, als schon das Zimmer im tiefsten Dunkel lag. Das Grauen, das mich bei dem Gedanken erfasste, jetzt mit diesem geheimnisvollen Wesen in der Dunkelheit allein zu sein, mit einem Wesen, dessen Macht sich mir immer eindringlicher und bestimmter aufdrängte, der Gedanke bewirkte eine förmliche Revolution meiner schon fast völlig erschlafften Nerven. Denn der Schrecken hatte nun eine solche Höhe erreicht, dass entweder mein Bewusstsein mich bald völlig zu verlassen drohte oder dass ich die Kraft finden mußte, die Verzauberung, die mich umgab, gewaltsam zu durchbrechen. Mein Wille siegte, ich brach den Zauber, ich fand die Stimme wieder, obgleich zunächst sie sich nur in einem gellenden Schrei äußerte. Ich erinnere mich, dass ich Worte herausstieß wie Nein, ich fürchte mich nicht, ich bin ohne Schuld und unerschrocken. Zu gleicher Zeit fühlte ich auch in mir die Kraft, mich von meinem Lager zu erheben. Immerhin noch von tiefem, tiefem Dunkel umgeben, raffte ich mich auf, stürzte zum Fenster hin, riss den Vorhang zurück und stieß die Läden auf. Licht, Licht, das war mein erster Gedanke. Und wie ich nun draussen den Mond so ruhig, hoch und klar im Dunkel dahinschweben sah, empfand ich eine Freude, die mich wahrlich für alle Schrecknisse der Nacht entschädigte. Ja, dort oben schien friedlich der Mond, da unten in der öden, menschenleeren Gasse erglänzte das Licht der Gaslampen, nichts deutete auf Wunderbares und Schreckliches. Ich wandte mich nach dem Zimmer zurück. Es lag noch im Dunkeln, aber das Mondlicht durchflutete doch die Düsterkeit zum Teil mit seinem zarten Strahle. Es war doch etwas Licht im Zimmer. Das dunkle etwas, für das ich einen Namen zu finden, außerstande war, war verschwunden. Und nur an der gegenüberliegenden Wand nahm mein Auge einen leichten Schatten wahr, als wäre das der Schatten der geheimnisvollen Erscheinung, die eben noch das Zimmer, wenn ich so sagen darf, belebt hatte. Ende von Abschnitt 2 Abschnitt 3 von Das Haus des schwarzen Magiers von Edward Bulver-Lytton Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Claudia Sterngucker Jetzt fiel mein Auge auf den alten, runden Mahagoni-Tisch, der ohne Decke im Zimmer stand. Ein neues Entsetzen. Unter der Tischplatte hervor streckte sich eine Hand, nur bis zum Gelenke sichtbar. Eine Hand, wie es schien von Fleisch und Blut, so gut wie meine eigene. Aber es war die Hand einer älteren Person. Sie war dürr, rundlich und klein dabei. Eine Frauenhand. Und diese Hand erfasste sanft die beiden Briefe, die auf dem Tische liegen geblieben waren. Und schon waren Hand und Brief mit zusammen verschwunden. Nun folgten erneut jene drei lauten, abgemessenen Klopflaute gegen die Bettwand zu meinen Häupten, jene geheimnisvollen Laute, die ich bereits vor Beginn des seltsamen Ereignisses an gleicher Stelle schon vernommen hatte. Als diese Töne nach und nach aufhörten, schien es mir, als erbebe das ganze Zimmer von einer unbekannten Gewalt. Dabei tauchten von nah und fern, vom Fußboden empor, Funken und Kügelchen auf, gleichsam wie in sich selbst leuchtende kleine Wasserblasen, die in allerlei Farben, grün, gelb, feuerrot und himmelblau, erglänzten. Irrlichtengleich bewegten sich diese Lichtkugeln und Funken hinauf und herunter, herüber und hinüber, hierhin und dorthin, langsam und schnell, ohne jeden Rhythmus, wie es schien, ganz nach ihrer Laune. Und genau so, wie vorhin unten im Wohnzimmer sich das merkwürdige Fortbewegen eines Stuhles gezeigt hatte, so auch rückte auf einmal hier in diesem Zimmer langsam von der Wand weg ein Stuhl, ohne dass man eine Kraft wahrgenommen hätte, die ihn geleitet hätte. Der Stuhl blieb vor mir stehen. Plötzlich, wie von dem Stuhle empor, wuchs ein Schatten, eine Gestalt, die Gestalt einer Frau. Sie wurde mir so deutlich sichtbar, wie wenn sie ein lebendes Wesen gewesen wäre, und doch war ihr Antlitz bleich, wie das seiner Toten. Dabei war ihr jugendliches Gesicht von sonderbarer, melancholischer Schönheit. Hals und Schultern waren entblößt, und das Übrige der Erscheinung von einem weiten, wallenden, weißen Gewande umgeben. Die Erscheinung begann, ihr langes, blondes Haar zu glättern, das ihr über die Schultern niederfiel. Unverwandt hielt sie den Blick, nicht auf mich, sondern auf die Tür geheftet. Sie schien zu lauschen, zu spähen, zu warten. Zu gleicher Zeit begann im Hintergrunde des Zimmers der immer noch sichtbare Schatten jener früheren Schattengestalt sich zu verdichten, und abermals schien es mir, als funkelten Augen aus der Höhe hernieder, Augen, die sich fest auf diese weibliche Erscheinung hefteten. Aus der Tür, ob schon sie sich nicht öffnete, wuchs eine neue Gestalt hervor, mit gleicher Deutlichkeit zu sehen, die Gestalt eines jungen Mannes, aber ebenfalls von totenhafter Blässe. Er war in der Tracht des 18. Jahrhunderts, oder wenigstens in einer jener ganz ähnlichen Gewandung. Es war mir zweifellos, sowohl die männliche wie auch die weibliche Gestalt, ob schon dem Auge so deutlich sichtbar, waren nicht etwa wirklich handgreifliche Körper, nein, es waren Erscheinungen, maßlos, ungreifbar, kurzum Gespenster, und es lag bei alledem etwas höchst groteskes und zugleich furchtbares in dem Gegensatz, der sich durch beide ausdrückte, der dem Ganzen anhaftete. Denn auf der einen Seite nahm ich deutlich die alten Kostüme wahr, die mit ihren Spitzen, Krausen und Schnallen geschmackvoll und genau zugleich ausgeführt waren, und andererseits sah ich, wie die im Zimmer schwebenden Träger dieser so irdischen Kostüme von geisterhafter Schweigsamkeit und leichenhaftem Aussehen waren. In dem Augenblick nun, als es schien, dass die weibliche Gestalt sich der Männlichen zuneigte, löste sich jener dunkle Schatten von der Wand, und alle drei Erscheinungen waren für einen Augenblick in Finsternis gehüllt. Das erste Morgengrauen drängte sich durchs Fenster ein, in dem fahlen Licht schien es, als wären die beiden Gespenster in der Gewalt des Schattens, der sich über sie aufschwang. Auf der Brust der weiblichen Erscheinung wurde nun ein Blutflecken sichtbar. Die männliche Erscheinung lehnte sich auf ihren Degen, auch von ihren Kleidern, von der Krause und den feinen Spitzen rieselte heftig das Blut hernieder. Da verschlang der Schatten die beiden, und mit einem Male waren alle drei meinen staunenden Augen entschwunden. Wieder schossen jetzt die bunten Lichtfunken und Blasen empor, huschten hierhin und dorthin, schienen größer und größer zu werden, und in ihren Bewegungen immer wilder und verworrener. Jetzt tat sich die Schranktür zur Rechten des Kamins auf, und aus der Öffnung trat die Gestalt einer alten Frau heraus. Ihre Hand hielt die Briefe fest, jene Briefe, die ich vor kurzem von der Geisterhand unter dem Mahagoni-Tische ergriffen gesehen hatte. Hinter der Erscheinung erklangen Fußtritte. Sie wendete sich um, horchte auf, öffnete dann die Briefe und schien in ihnen zu lesen. Währenddem zeigte sich über ihre Schulter hinweg ein bleifarbiges Gesicht, wie das seines Menschen, der vor langer Zeit im Wasser umgekommen war, ein aufgeschwollenes Gesicht, fahl und gedunsen. und noch mit Seegras und Tang in dem triefenden Haar. Der alten Frau zu Füßen lag eine Masse wie die eines entseelten Körpers, und neben dem Leichnam hockte ein Kind, ein elendes, armes Geschöpf, auf dessen Wangen sich der Hunger und in dessen Augen sich die Furcht eingegraben hatten. Und wie ich nun das Gesicht der alten Frau unverwandt anschaute, da verschwanden allmählich die Runzeln und Falten, und stattdessen wurde ein jugendliches Gesicht sichtbar, aber mit einem strengen, förmlich steinernem Blicke. Wiederum wurde im Zimmer der gewaltige Schemen bemerkbar, der vorhin das Paar verschlungen zu haben schien, und der nun in sein Dunkel auch diese drei Gespenster aufsog. Nunmehr blieb nur noch der große Schatten sichtbar, den ich unausgesetzt beobachtete, und aus dem abermals so etwas wie Augen hervorzuleuchten schienen, Schlangenaugen voller Bosheit und Niedertracht. Dabei stiegen und fielen die Lichtblasen weiter auf dem Boden des Zimmers auf und nieder, und mitten hinein in ihre ungestüme Irrfahrt fiel das Licht des allmählich durch die Wolken dringenden Mondes. Aus den Kügelchen selbst, gleichsam wie aus zerbrochenen Schalen von Eiern, brachen widrige Wesen heraus und füllten die Luft. Blutlos und scheußlich waren sie anzusehen, und die Sprache fehlt mir fast, sie genauer zu beschreiben. Vielleicht erinnert man sich an das lebhafte, tausendfache Gewimmel von seltsamen Geschöpfen, die man unter dem Mikroskop in einem Tropfen sumpfigen Wassers sich entwickeln sieht. Auch hier waren es durchsichtige, geschmeidige Wesen, eines das andere verjagend und verschlingend. Es waren Figuren von winziger Gestalt, und doch, trotz ihrer scheinbaren Körperlosigkeit, auch dem unbewaffneten Auge erkennbar. Formlos wie ihre Erscheinung war ihr Herumschweifen. Sie näherten sich mir schneller und schneller in immer dichteren Haufen und krochen über meinen rechten Arm hinweg, den ich unwillkürlich, wie zur Abwehr böser Geister, befehlerisch vor mich hingestreckt hatte. Manchmal schien mich etwas anzurühren, aber das kam nicht von diesen Wesen. Unsichtbare Hände stießen mich an. Einmal sogar fühlte ich an meiner Kehle den schaurigen Griff von kalten, weichlichen Fingern. Es war mir klar, dass ich in körperliche Gefahr zu geraten drohte, sobald die Furcht über mich Macht gewänne. Schon darum sammelte ich meine ganze Kraft nur in das eine Gefühl, in den einen Vorsatz, mit eiserner Willenskraft allem zu widerstehen, was mir hier noch begegnen würde. Ich wandte meine Augen von dem Schatten ab, ganz besonders aber von den grässlichen Schlangenaugen weg, die nun aufs Neue besonders deutlich sichtbar wurden. Denn von diesen Augen, so viel war die Chine, strömte es auf mich wie ein Wille herab, und zwar ein Wille, der unablässig das Böse wollte. Das Böse an sich, das Böse für mich? Es war ein Wille, der den Meinigen zu zermalmen imstande war, wenn ich nicht fähig war, ihm auszuweichen und zu widerstehen. Das fahle Morgengrauen ließ allmählich nach, und stattdessen drang der rötliche Schein der aufgehenden Sonne herein, dass es im Zimmer zu leuchten begann, wie wenn in der Nähe eine Feuersbrunst tobte, und die Larven schwammen in einer feurigen Lohe einher. Nochmals erbebte das ganze Gemach, nochmals ließen sich jene drei abgemessenen Schläge vernehmen, und dann schlürfte der dunkle Schatten alles wieder in sich auf, gleichsam, als wäre das alles aus ihm geboren und müsse auch zu ihm zurückkehren. Wie die Finsternis im Zimmer nach und nach verschwand, wich auch allmählich der Schatten von dannen. Die Flammen der Kerzen stiegen langsam wieder aus dem Dochte empor und entfalteten sich zu ihrer alten Höhe. Die Glut im Kamin begann wieder aufzuleuchten. Das ganze Zimmer hatte wieder das alte, friedliche Aussehen, als hätten sich niemals in ihm die allerbefremdlichsten Dinge zugetragen. Die beiden Ausgangstüren waren noch zu, die Tür, die zum Zimmer meines Dieners führte, sogar verschlossen. In der Ecke des Gemachers lag mein Hund, krampfhaft zusammengedrängt. Ich rief ihn an, das Tier rührte sich nicht, und wie ich mich dem Tiere genähert hatte, sah ich, es war tot. Mit herausgedrehten Augen lag es da, die Zunge hing ihm aus dem Maule, und an der Kinnlade war ihm der Schaum niedergeträufelt. Ich nahm das Tier in meine Arme und trug es zum Kamin, wo ich allerlei Wiederbelebungsversuche mit ihm anstellte, vergebens. Ich empfand einen aufrichtigen Schmerz, meinen treuen Gefährten auf diese Weise verloren zu haben, und ich musste mir gestehen, dass man mich von Vorwürfen wegen seines Todes nicht freisprechen konnte. War ich es doch gewesen, der ihn mit hierher genommen hatte, hier in dieses schreckenvolle Haus, wo er nun, wie nicht anders zunächst anzunehmen war, vor lauter Furcht und Entsetzen verendet war. Aber wie sehr überraschte mich die Entdeckung, dass er geradezu das Genick gebrochen hatte. Bei näherer Untersuchung fand ich nämlich, dass der Genickwirbel aus dem Rückgrat förmlich herausgedreht worden war. Wie war das nur möglich gewesen? Musste dies nicht während der großen Dunkelheit geschehen sein? War nicht hierbei eine menschliche Hand, eine menschliche Kraft im Spiele, von gleicher oder ähnlicher Beschaffenheit wie die meinige? Waren es denn überhaupt menschliche Einwirkungen, die die ganze schreckliche Zeit über in diesem Zimmer ihr Wesen getrieben hatten? Es lag genug vor, um zu dieser Annahme zu gelangen. Doch mit Bestimmtheit kann ich darüber nichts sagen. Mir bleibt nichts übrig, als getreu zu berichten, was meine Augen wahrgenommen und meine Sinne empfunden haben. Dem Leser muss es überlassen bleiben, seine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Das Geheimnisvolle all dieser Ereignisse wurde noch vermehrt durch die überraschende Tatsache, dass plötzlich meine Uhr sich wieder ruhig auf dem Tische an der nämlichen Stelle vorfand, von der sie vorher so seltsam weggezogen war. Doch merkwürdig! Der Zeiger stand noch auf der nämlichen Minute, als wie in dem Augenblicke, da die fremde Gewalt nach ihr gegriffen hatte. Ihr Gang schien überhaupt seitdem gestört zu sein, denn selbst der geschickteste Uhrmacher brachte sie später nicht mehr zu der genauen Zeitangabe wie vorher. Einige Stunden lang ging sie wohl in einem merkwürdigen, unregelmäßigen Gang, dann aber blieb sie wieder stehen, und alle Versuche, sie in Ordnung zu bringen, waren vergeblich. Der Rest des Morgens verging, ohne dass sich weiter etwas Besonderes ereignet hätte. Das volle Tageslicht brach nach nicht so langer Weile herein, und mit dem ersten Sonnenstrahl verließ sich das Gespensterhaus. Bevor ich ging, betrat ich noch einmal jenes kleine, leerstehende Gemach ohne weiteren Ausgang, in welchem mein Diener und ich einige Zeit gefangen gehalten worden war. Unwiderstehlich drängte sich mir der Verdacht auf, obschon ich mir über ihn nicht nähere Rechenschaft zu geben vermochte, dass in jenem Zimmer das unbenennbare Wesen, von dem die ganzen Erscheinungen offenbar ausgegangen waren, sozusagen beheimatet war. Jetzt war heller Sonnenschein, als ich das kleine Zimmer betrat, und dennoch beschlich mich wieder das Grauen, das ich schon in der vergangenen Nacht empfunden hatte, und das durch die Erscheinungen, die mir geworden, so außerordentlich verstärkt worden war. Ich konnte es nicht über mich gewinnen, länger als eine halbe Minute zwischen diesen Wänden zu verweilen. So stieg ich denn die Treppe hinunter, und siehe da, wieder war es, als trappten vor mir her unsichtbare Fußtritte, und wie ich endlich die Haustür öffnete, war es mir ganz, als ertönte hinter mir ein leises Lachen. Ich erreichte meine Wohnung und glaubte bestimmt, dort meinen Diener wiederzufinden, aber nein, er war nicht dahin zurückgekehrt, und auch im Laufe der nächsten drei Tage kam kein Lebenszeichen von ihm, bis ich schließlich am vierten Tage aus Liverpool einen Brief folgenden Inhalts von ihm empfing. Sehr geehrter Herr, lassen Sie sich unterteinigst um Verzeihung bitten, obschon ich befürchte, dass Sie mir diese nicht gewähren werden, ausgenommen auch Sie haben, wovor der Himmel Sie aber bewahrt haben möge, gesehen, was ich wahrgenommen habe. Glauben Sie mir, es werden Jahre und Jahre vergehen, ehe ich mich von dem Erlebten erhole. Es steht für mich fest, dass ich in meinem jetzigen Zustande zu keinerlei Dienst brauchbar bin, und daher habe ich mich entschlossen, zu meinem Schwager nach Melbourne in Australien zu reisen. Morgen schon segelt das Schiff ab. Die lange Seereise, die Zeit und die großen Veränderungen der Lebensbedingungen bringen hoffentlich mir mein Gleichgewicht wieder. Zur Zeit, freilich, habe ich es noch nicht wiedergefunden. Zehnmal am Tage fühle ich mich erschauen und erbeben, fahre schreckhaft zusammen und zittere an allen Gliedern, denn immer ist mir, als sei es hinter mir. Haben Sie die Güte, verehrter Herr, meine Habseligkeiten und meinen rückständigen Lohn meiner Mutter nach Walworth zu schicken. Sie kennen ja Ihre Adresse. Der Brief schloss mit weiteren gehäuften Bitten um Verzeihung, nebst allerhand Bemerkungen über Dinge, die seinen Dienst betrafen, dann wieder mit Beschreibungen seines Zustandes. Alles das so unzusammenhängend und verworren, wie es bei seiner seelischen Zerrissenheit wohl nicht gut anders sein konnte. Manche meiner Leser möchten vielleicht glauben, dass diese plötzliche Flucht nach einem so schwer erreichbaren Orte in einem fernen Weltteile für meinen Diener ein übles Zeugnis abgebe. Man könnte glauben, er habe in irgendeiner Weise doch mit den Begebenheiten der Nacht eine Beziehung gehabt. Ich will hier solchen Mutmaßungen nicht weiter widersprechen. Ich finde sie verzeihlich, weil sie dem nüchternen Verstande sich bei solchen unnatürlichen Vorgängen als eine leicht denkbare Lösung aufdrängen. Am Abend des gleichen Tages kehrte ich gleichwohl nochmals in das Schreckenshaus zurück, um meine Sachen und den Kadaver meines armen Hundes in einem Mietwagen abzuholen. Nichts störte mich bei diesem Geschäft, auch sonst ereignete sich kein bemerkenswerter Zwischenfall, ausgenommen das eine, dass ich wiederum beim Hinauf- und Hinabsteigen der Treppen die Fußtritte vor mir hörte. Nachdem ich das Haus verlassen hatte, ging ich zu Herrn Jackson, den ich auch zu Hause antraf. Ich gab ihm die Hausschlüssel zurück, konnte ihm freilich auch versichern, dass meiner Neugier voll Genüge geschehen sei und wollte eben beginnen, ihm zu erzählen, was ich in der vergangenen Nacht alles zugetragen habe. Doch er unterbrach mich, wenn schon in einer durchaus höflichen Weise, und äußerte, dass er durchaus jedes Interesse an diesem Geheimnis verloren habe. Welches sowieso sicherlich unenthüllt bleiben würde, wie es auch bisher noch niemand bündig hätte erklären können. Ich ließ aber nicht ab, wenigstens auf die beiden Briefe zurückzukommen, die ich gelesen hatte, und erzählte von deren ganz eigentümlichem Verschwinden. Dabei fragte ich ihn, ob er dächte, dass diese Briefe an jene Frau gerichtet gewesen wären, die unlängst dieses Hauses Hüterin gewesen und in ihm verstorben sei. Ich wies darauf hin, dass vielleicht in deren Lebensgeschichte sich einige Anhaltspunkte für die dunklen Andeutungen in jenen Briefen finden lassen würden. Jackson schien von diesen Enthüllungen einigermassen überrascht zu sein, und nachdem er einige Augenblicke nachgesonnen und sich gesammelt hatte, meinte er, »Mir ist nur wenig aus der Vergangenheit jener Frau bekannt. Ich weiß nur, dass Ihre Familie mit meiner Familie gut bekannt war. Doch Ihre Bemerkungen rufen einige Erinnerungen in mir wach, die freilich nicht gerade günstig für die Tote sprechen.« Lassen Sie mich aber erst für mich noch einige Nachforschungen anstellen. Ich werde nicht verfehlen, Sie seinerzeit von deren Ergebnis in Kenntnis zu setzen. Doch bedenken Sie bitte eines. Angenommen, wir huldigten beide ebenfalls dem Bekannten Aberglauben, dass ein Wesen als ruheloser Geist auf die Städte seines irdischen Wandels zurückkommt, ein Wesen, das hier niedern entweder der Urheber oder das Opfer einer dunklen Tat gewesen ist. Wie wollen Sie dies dann damit vereinen, dass das Haus bereits von seltsamen Erscheinungen und merkwürdigen Tönen heimgesucht wurde, bevor jene Alte darin ihren Geist aufgegeben hatte? Ich sehe Sie lächeln. Was wollen Sie damit sagen? Nun, ich bin der Meinung, dass wir sicherlich auf die Manifestationen lebendiger Wesen stoßen werden, wenn wir erst dieser ganzen Sache mehr auf den Grund gekommen sind. Ei nun, so glauben Sie, der ganze Spuk beruhe auf Betrügerei? Was um des Himmels Willen wollte man damit bezwecken? Ich will nicht sagen, dass ein direkter Betrug hier stattfinde. Nehmen Sie einmal an, ich versenke plötzlich in einen tiefen Schlaf, aus dem Sie mich in keiner Weise erwecken können, und ich würde Ihnen nun während dieses Schlafes allerhand Fragen mit einer so großen Genauigkeit beantworten, wie es mir wachend gar nicht möglich wäre. Stellen Sie sich vor, dass ich Ihnen sagte, wie viel Geld Ihre Börse enthielte, dass ich Ihnen sogar Ihre eigenen Gedanken verraten könnte. So wäre dies alles ebenso wenig ein Betrug, wie etwa etwas Übernatürliches. Ich stünde eben während dieses Vorganges unbewusst unter dem magnetischen Einfluss eines menschlichen Wesens, zu dem ich in irgendwelchen mir unbekannten Beziehungen stehe, das aber die Macht über mich erlangt hat und diese aus der Ferne her auf mich ausübt. Es wäre Ihnen beizupflichten, sobald es feststände, dass eine magnetische Kraft derart Raum- und Zeitüberwindend auftreten kann. Aber woraus wollen Sie schließen, dass ein Wesen mit solchem Magnetismus begabt, derartig außerordentliche Wirkungen, solche Scheinbilder und merkwürdigen Töne hervorbringen kann, die Sie und andere mit eigenen Augen wahrnehmen, mit eigenen Sinnen erdulden? Oder vielleicht besser gesagt, wovon Sie und jene anderen die subjektive Überzeugung gewonnen haben, sie gesehen und erduldet zu haben? Wenn ich nicht irre, so haben Sie doch mit der Person, die auf Sie einwirkt, keinerlei nähere Beziehung. Allerdings nicht. Mit bloßem Magnetismus sind diese Dinge auch schließlich nicht zu erklären. Ich glaube nur, dass hier eine den Magnetismus zugleich verwandte, wie auch weitaus überlegene Kraft in Frage kommt. In alter Zeit nannte man dergleichen Magie. Ich will nicht behaupten, dass diese Kraft allen unbelebten materiellen Gegenständen innewohnt. Aber selbst wenn das der Fall sein sollte, so brauchte man darin immer noch nicht etwas Übernatürliches zu erblicken. Man müsste eben darin eine Kraft der Natur erkennen, die vielleicht nur sehr selten auftritt und nur unter ganz besonderen bestimmten chemischen oder wie immer gearteten Verbindungen. Es könnte auch sein, dass diese Kraft oder Fähigkeit unter Umständen noch in außerordentlicher Weise gesteigert werden kann. Und warum sollte es schließlich nicht möglich sein, dass auch die Abgeschiedenen mit solchen geheimen Kräften begabt sind? Vielleicht äußert sich diese nicht so sehr durch Bekundungen der Seele, von der wir glauben dürfen, dass sie nach dem Tode allemirdischen abgewandt sei. Aber es kann doch sehr wohl sein, dass gerade das allzu menschliche und irdische in uns, mit dem wir gleichsam in diesem Dasein befleckt gewesen sind, jenseits des Todes nach einer Verlautbarung strebt. Es ist dies eine veraltete Anschauung, der ich nicht ohne weiteres beipflichten will, aber über die ich auch nicht kurzweg absprechen möchte. Jedenfalls glaube ich, dass die Kräfte, die bei jenen Vorgängen wirksam gewesen sind, wohl kaum im eigentlichen Sinne als übernatürlich bezeichnet werden dürfen. Erlauben Sie, Ihnen durch ein Beispiel klarer zu machen, was ich meine. Der alte Theophrastus Bombastus Paracelsus beschreibt nachstehendes Experiment als leicht durchführbar, und Benjamin Disraeli, der Verfasser der Curiosities of Literature, zitiert es als glaubwürdig. Wenn Sie eine Blume verbrennen, so vergeht sie, sie ist sozusagen gestorben. Aus welchen Stoffen immer die Blume während ihres Lebens bestanden haben mag, sie sind jetzt als Asche verstreut, in der Luft aufgegangen, für niemand erkennbar und nicht mehr zu dem vorigen Bilde zurückzugestalten. Es ist aber mittels eines chemischen Prozesses möglich, aus den Ascheresten der verbrannten Blume ein Farbenspektrum hervorzubringen, das dem der lebenden Blume täuschend ähnlich sieht. Ähnlich so mag es sich auch mit dem menschlichen Wesen verhalten. Die Seele ist entflohen, gleichsam wie der Geruch, der Urstoff der Blume auch entschwunden war. Dennoch mag sich unter ganz bestimmten Verhältnissen durch einen uns nur noch unbekannten Vorgang der Natur etwas Ähnliches hervorbringen lassen wie das Farbenspektrum jener Blume, in diesem Falle aber ein schwer zu bezeichnendes Etwas, was der Volksglaube für den Geist der Abgeschiedenen halten mag. Gerade mit dem Geist hat das aber vielleicht nichts zu tun. Es ist eher als das Eidolon, das Idol der toten Form zu bezeichnen. Bei allen als tatsächlich bezeichneten Spukgeschichten frappiert stets das eine, dass niemals ein wirklich erhabenes geistiges Element, eine lebendige Seele in Erscheinung tritt. All jene Spukgestalten zeigen sich meistens nur aus unbedeutenden oder gar keinen Veranlassungen. Selten lassen sie sich deutlich vernehmen. Und wenn sie etwas sprechen, dann geht das fast niemals über das Niveau des Alltäglichen hinaus. Wir haben zum Beispiel von den amerikanischen Spiritisten Bände voll Prosa und Versen herausgegeben gesehen, von denen sie behaupten, dass erhabene Tote, wie zum Beispiel Shakespeare, Bacon, Plato und wer weiß noch alles, sie direkt diktiert hätten. Aber all solche Mitteilungen sind nicht um ein bisschen von geistig höherer Art als die Äußerungen ganz gewöhnlicher Sterblicher. Gegen das gehalten, was jene Schriftsteller und Philosophen einst auf Erden geschrieben und gesagt haben, muten sie geradezu kläglich an und niemals. Und das ist wohl das Auffallendste dabei, enthalten diese angeblichen Gespräche der Geister irgendeinen neuen, großen oder erhabenen Gedanken. So wunderbar das alles ist, so sind es doch nicht zu leugnende Tatsachen und jedenfalls nichts wirklich Übernatürliches, wenn schon wir bis jetzt noch keine natürliche Erklärung dafür haben. Ich meines Teils möchte mich der Ansicht zuneigen, dass alle solche Phänomene Gedanken darstellen, die durch diese oder jene uns bisher noch unbekannten Mittel von einem sterblichen Gehirn auf das andere übertragen werden. Sei es nun, dass sich Tische von selbst bewegen, dass teuflische Gestalten in einem magischen Kreise erscheinen oder körperlose Hände auftauchen und greifbare Gegenstände von ihrem Platze nehmen oder gar scheinbar verschwinden machen. Sei es, dass dunkle Schatten sichtbar werden, die unser Blut zum Erstarren bringen. Ich habe bei alledem die feste Überzeugung, dass das alles nur Einwirkungen eines fremden Gehirnes auf mein Gehirn sind, die gleichsam durch elektrische Drähte von Gefühl zu Gefühl, von Einbildungskraft zu Einbildungskraft übertragen werden. Sicherlich gibt es Konstitutionen, die mit einer besonderen magnetischen Kraft begabt sind und diese vermögen dann auch, solche magnetischen Wunder vorzubringen. Anderen Konstitutionen ist vielleicht auch ein natürliches Fluid ummeigen, das man sehr wohl Magnetismus, Elektrizität oder sonst wie nennen kann und dieses ist wahrscheinlich imstande, solche elektrische Wunder auszuführen. Ende von Abschnitt 3 Abschnitt 4 von Das Haus des Schwarzen Magiers von Edward Bulver-Lytton Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Claudia Sterngucker Solche, an nur außerlesene Konstitutionen geknüpfte Offenbarungen sind aber bisher für die normale Wissenschaft nicht vorhanden. Sie erscheinen ihr daher gegenstandslos und Untersuchungen darüber werden von der zünftigen Wissenschaft als wert- und ergebnislos abgelehnt. Man wüsste nicht, so sagt man, zu welchem Ende man dergleichen erforschen sollte. Darum geht man an diesen Dingen vorüber und die Gelehrten bekümmern sich nicht um sie. Ich meinesteils habe die unumstößliche Überzeugung, dass alles, was ich hörte und sah, ein Geschöpf von Fleisch und Blut gleich mir hervorgebracht hatte, und zwar wahrscheinlich ohne das Bewusstsein der Folgen, die durch solche Erscheinungen gezeitigt werden können. Es will mir dies besonders darum noch wahrscheinlich dünken, weil, wie Sie selbst sagen, niemals zwei Personen genau das Gleiche erlebten. Beruhten die ganzen Erscheinungen auf einer gewöhnlichen Betrügerei oder Foperei, so spielte sich alles immer wieder genau so wie vorher ab und höchstens kleine Abweichungen träten zutage. Kämen aber übernatürliche Gewalten in Frage, gleichsam im Auftrage Gottes, so müsste das Ganze irgendeinen erkennbaren Endzweck haben. Die ungewöhnlichen Ereignisse, die ich und andere erlebten, gehören aber zweifellos keine der beiden Kategorien an. Vielmehr steht nur fest, dass sie einem Gehirn entspringen, das weit von uns entfernt ist. Dieses Gehirn bezweckt sicherlich nichts Bestimmtes mit alledem, was ich zutrug, eben weil das, was wir erlebten, sozusagen die Reflexionen, die Verkörperungen, die Versinnbildlichungen seiner herumirrenden, bunten, wechselvollen, halbklaren Gedanken sind. Kurzum, die Erscheinungen sind, als die verwirklichten Träume eines solchen Hirnes anzusprechen, eines Hirnes, das eben von so besonderer Beschaffenheit ist, um sich teilweise verkörperlichen zu können. Es scheint, als ob diesem Gehirn eine außerordentliche Kraft inne wohnte, sodass es Mittel in Bewegung setzen kann, die bösartig und zerstörend wirken. Denn nur eine solche Kraft muss meinen armen Hund getötet haben. Wahrscheinlich wäre auch ich der Vernichtung anheimgefallen, wenn ich so wie mein Hund infolge von Furcht und Entsetzen ganz zermürbt gewesen wäre. So aber befähigte mich mein Verstand und mein fester Wille zu einer, auch durch solche Geister nicht zu brechende Widerstandsfähigkeit. Was Sie sagen, Ihr Hund wurde von ihm umgebracht? Das ist ja entsetzlich. Aber es ist wirklich sonderbar, dass es kein Tier über sich vermocht hat, in diesem Hause zu bleiben. Nicht einmal eine Katze. Aber auch Ratten und Mäuse haben sich niemals darin gezeigt. Das ist nicht so wunderbar. Diese anscheinend so vernunftlosen Geschöpfe haben eben einen so feinen Instinkt, dass sie eher, als wie wir, jeden ihrem Dasein schädlichen Einfluss entdecken. Die menschlichen Sinne sind in diesem Punkte weit weniger zuverlässig, vielleicht, weil ihnen dafür in der Vernunft eine höhere Widerstandsfähigkeit beschert ist. Doch genug davon. Ist Ihnen meine Anschauung verständlich? Einigermaßen ja. Und es ist mir lieber, irgendeiner selbstwunderlichen Anschauung, entschuldigen Sie den Ausdruck, mich anzuschließen, als mich mit dem Gedanken zu befreunden, dass es Geister und Kobolde gäbe, wie uns in der Kinderstube weiss gemacht worden ist. Doch alle Theorien machen aus meinem Hause nichts anderes. Was fange ich in aller Welt nur mit diesem Unglücksdinge an? Lassen Sie mich Ihnen sagen, von welcher Seite ich die Geschichte anfassen würde. Es will mir als feststehend erscheinen, dass das kleine, unmöblierte Zimmer, das rechtwinklig mit dem Schlafzimmer zusammenstößt, welches ich bewohnte, der eigentliche Ausgangspunkt, die Quelle des ganzen Spukes ist. Ich möchte Ihnen daher ernstlich raten, die Mauern niederreißen, die Diele öffnen zu lassen, kurz, das ganze Kabinett abzubrechen. Das geht doch ganz leicht, da mir bei meiner Untersuchung des Hauses aufgefallen ist, dass jene Räume nur einen unabhängigen Anbau nach dem Hinterhof hinaus darstellen und folglich ganz leicht abgebrochen werden können, ohne das Gebäude als Ganzes zu beeinträchtigen. Glauben Sie wirklich, dass die elektrischen Drähte, wie sie sich ausdrückten, durch eine solche Demolierung mitvernichtet werden würden? Man muss es immerhin versuchen. Ich bin für meine Person so sehr überzeugt davon, dass sie davon Erfolg hätten, dass ich gern die Hälfte der Unkosten tragen will, wenn sie mir gestatten, die Ausführung selbst in die Hand zu nehmen und zu leiten. Keinesfalls. Sie sind sehr entgegenkommend, aber meine Mittel erlauben mir schon, die Kosten selbst zu tragen. Im Übrigen werde ich mir die Sache durch den Kopf gehen lassen und sie zu gegebener Zeit von meinen Entschlüssen unterrichten. Es mochten ungefähr zehn Tage vergangen sein, als die erwartete Nachricht von Herrn Jackson eintraf. Er teilte mir mit, dass er das Haus selbst besucht habe, dass er die beiden Briefe, die ich seinerzeit aus der Kommode genommen hatte, wieder in dieselbe zurückgelegt, vorgefunden habe. Auch habe er vom Inhalt der Briefe, freilich nur voller Zweifel und Bedenken, Kenntnis genommen und sich die sorgfältigsten Ermittlungen um jene Frau angelegen sein lassen, an welche, wie ich richtig vermutet hätte, die Schriftstücke gerichtet gewesen waren. Nach seinen Erkundigungen habe jene Frau sich vor 56 Jahren, also ein Jahr früher, als die Briefe datiert waren, gegen den Wunsch ihrer Familie mit einem Amerikaner von zweifelhaftem Ansehen verheiratet. Man habe ihn allgemein für einen Seeräuber gehalten. Sie selbst stammte aus einer angesehenen Kaufmannsfamilie und war vor ihrer Verheiratung Erzieherin gewesen. Sie habe einen Bruder gehabt, einen in guten Verhältnissen lebenden Witwer, der der Vater eines Mädchens von ungefähr sechs Jahren gewesen sei. Ein Jahr nach der Verheiratung jener Frau habe man den Leichnam ihres Bruders aus der Themse gezogen, nicht weit von London Bridge. An der Kehle des Toten habe man Spuren von gewaltsamer Einwirkung entdeckt, doch wurden sie nicht für hinreichend erachtet, um gerichtlich einzuschreiten. Und so blieb es denn bei dem Zeugnisse des Leichenbeschauers, ertrunken, aufgefunden. Der Amerikaner und seine Frau nahmen sich des verwaisten Kindes an, zumal ja der Tote letztwillig verfügt hatte, dass seine Schwester sein einziges Kind in ihre Obhut nehmen solle. Wenn dieses Kind stürbe, so sollte die Schwester die Erbin des Vermögens des Kindes werden. Schon nach sechs Monaten starb das Kind. Es ging das Gerücht, dass sein Tod die Folge von böswilliger Vernachlässigung und Misshandlung gewesen sei. Von den Nachbarn wurde wenigstens ausgesagt, dass sie die Kleine öfters des Nachts furchtbar hätten schreien hören. Auch der Arzt, der das Kind nach dem Tode untersuchte, habe festgestellt, dass es an ungenügender Nahrung hingesiegt sei und dass sein Körper ganz mit schwarz-gelben Flecken bedeckt gewesen wäre. Andere sagten, das arme Geschöpf habe in einer Winternacht einen Fluchtversuch gemacht, sich in den Hinterhof geschlichen und versucht, an der Mauer in die Höhe zu klettern. Es sei jedoch erschöpft zurückgetaumelt und des Morgens sterbend auf den Steinen vorgefunden worden. Wenn nun auch der Verdacht vorlag, dass gegen das Kind augenscheinlich höchst grausam verfahren worden war, so genügten doch die Anzeigen nicht, um etwa eine Anklage wegen eines vorbedachten Mordes zu erheben. Die Tante und ihr Mann verstanden es auch, ihr grausames Verhalten damit zu beschönigen, dass sie das Kind als äußerst widerspenstig und dickköpfig hinstellten. Ja, sie gaben an, es sei halb idiotisch gewesen. Sei dem nun wie dem wolle. Jedenfalls erbte nach dem Ableben der kleinen Weise die Frau des Amerikaners das Vermögen ihres Bruders. Noch ehe ein Jahr abgelaufen war, verschwand plötzlich der Gatte aus England und ließ sich dann auch nie wieder in der Heimat erblicken. Es hieß, er sei der Kapitän eines Kaperschiffes geworden, das zwei Jahre später im Atlantischen Ozean unterging. Die Witwe blieb in guten Verhältnissen zurück, aber allerhand Unglücksfälle zerrütteten ihre Vermögensumstände. Eine Bank machte Bankerott, scheinbar gut angelegtes Kapital ging verloren. Sie kaufte ein Geschäft, an dem sie sich aber nur ruinierte. Schließlich musste sie eine Stellung als Haushalterin annehmen und dabei kam sie mehr und mehr herunter, bis sie schließlich die niedrigsten Marktdienste verrichtete. Merkwürdigerweise hielt sie in keiner Stellung lange aus, obschon nichts Besonderes gegen ihren Charakter einzuwenden war. Im Gegenteil, allen Talben wurde ihr Fleiß, ihre Ehrlichkeit und stille Art und Weise anerkannt. Gleichwohl wollte ihr nichts zum Segen ausschlagen. Schließlich kam sie ins Armenhaus, aus dem ich sie befreite, um sie als Aufseherin über jenes Haus einzusetzen, das sie während des ersten Jahres ihrer Ehe mir dereinst abgemietet hatte. Ich habe, so schloss der Brief des Herrn Jackson, nun sogar eine ganze Stunde allein in dem unmöblierten Zimmer verbracht, welches sie der Zerstörung preisgeben wollen, aber ich habe nichts darin gehört oder gesehen. Gleichwohl hat mich ein derartiges Grauen überschlichen, dass ich jetzt nichts eifriger erstrebe, als die Mauer niederzureißen, die Dielen aufzuheben, kurz alles zu tun, was sie mir vorgeschlagen haben. Die Arbeitsleute habe ich bereits bestellt und es liegt nur an ihnen, den Tag des Abbruchs näher zu bestimmen. Demzufolge machten wir näheres über diesen Tag aus. Ich begab mich an diesem Tage mit Herrn Jackson nach dem Gespensterorte. Wir betraten zuerst das unheimliche Gemach, ließen die Holzverkleidungen der Wände abnehmen und dann die Fußböden aufreißen. Unter dem Balken erblickten wir eine Falltüre, ganz mit Staub und Schmutz bedeckt, gerade groß genug, dass ein Mensch durch diese Einlass fände. Die Falltür war sorgfältig durch eiserne Klammern darniedergehalten. Nachdem diese entfernt waren, stiegen wir in ein tieferes Gelass hinab, von dessen Vorhandensein bislang niemand etwas geahnt hatte. In diesem Zimmer befand sich ein Fenster mit einem Rauchfang, doch waren sie beide augenscheinlich schon vor langen Jahren zugemauert worden. Mithilfe von Lichtern durchsuchten wir den Raum, erbarg einige halbverschimmelte, wurmstichige Möbel, drei Stühle, einen eichenen Tisch nebst Sessel, alles nach dem Geschmack des achtzehnten Jahrhunderts. An der Wand war ein Schrank angebracht, in welchem wir halbvermoderte Teile einer Männerkleidung vorfanden, wie sie im achtzehnten Jahrhundert ein Mann von Rang und Stand getragen haben mochte, mit kostbaren Stahlschnallen und Knöpfen verziert, so wie man dergleichen noch jetzt an Hofkostümen wahrnimmt. Ferner fanden wir einen Degen, eine Weste, die einst mit Goldbrokat reich verziert war, nun freilich längst durch das Alter geschwärzt und durch Feuchtigkeit verdorben. Ferner entdeckten wir fünf Gineen, einige Silbermünzen und ein kleines Elfenbeintäfelchen, offenbar die Eintrittskarte zu einem Vergnügungsort, von dessen Freuden das heutige Geschlecht nichts mehr weiß. Die wichtigste unserer Entdeckungen jedoch bestand in einer Art von in die Wand eingelassenem, feuerfestem Schrank, dessen Schloss selbst mit einem Dietrich zu öffnen, erhebliche Mühe verursachte. In diesem Behältnisse zeigten sich drei Regale übereinander und zwei Schubladen. Auf den Regalen standen verschiedene kleine Glasflaschen in Reih und Glied, aber alle hermetisch verschlossen. Sie enthielten farblose, flüchtige Essenzen, welcherlei Stoffes tut ja nichts zur Sache. Jedenfalls waren sie nicht giftig. Einige waren mit Phosphor und Salmiak angefüllt. Ferner fanden wir dort einige sehr seltsame Glasröhren, eine kleine, zugespitzte Eisenstange, einen großen Klumpen Bergkristall und einen von Bernstein, ebenso einen Magneten von großer Kraft. In einem der Fächer lag ein Miniaturporträt, das in Gold gefasst war und dessen Farben in wunderbarer Schönheit frisch geblieben waren. Zumal, wenn man bedenkt, eine wie lange Reihe von Jahren es schon an seinem Platze verborgen gewesen sein mochte. Das Porträt war das eines Mannes in mittleren Jahren, so ungefähr zwischen siebenundvierzig und achtundvierzig Jahren. Es war ein östers dauffallendes Gesicht, eins von denen, die man nicht gleich wieder zu vergessen pflegt. Man stelle sich einmal den Kopf einer Schlange in ein Menschengesicht verwandelt vor, das trotzdem etwas von dem alten Schlangentypus noch zeigt. Da hätte man ungefähr ein treffendes Bild von jenem Gesichtsausdruck, den ich sonst durch keine längere Schilderung besser beschreiben könnte. Die Breite und Flachheit der Stirn, die zugespitzte Kopfform standen gewissermaßen in einem aufhebenden Gegensatz zu dem außerordentlich brutal entwickelten Kinn. Aus den langgeschnittenen schrecklichen Augen fielen mörderische Blicke, grünlich schillernd und glänzend Wismaragd, und dabei brach aus ihnen eine erbarmungslose Härte, das Kennzeichen einer unbesieglichen Gewalt. Vom ersten Augenblicke an, seitdem ich das Miniaturporträt in Händen hielt, war mir eine höchst seltsame Ähnlichkeit dieses abstoßenden Bildes mit einem der seltensten Bildnisse der Welt aufgefallen, mit dem Bildnisse einer Person hohen Standes, die zu ihrer Zeit die Welt mehrfach in Atem gehalten hatte. Nicht, dass man aus der Geschichte etwas über jene Person erfahren könnte, nein, diese schweigt ganz von ihr, aber aus dem Briefwechsel ihrer Zeitgenossen kann man betrübliche Beweise herausfinden, von welch skrupelloser Verworfenheit und ruhelosem Geiste jener Mann war, dem man übrigens auch einen großen Hang zu den geheimen Wissenschaften nachsagte. Jedoch starb er in einem fernen Lande, noch im schönsten Alter, und fern von der Heimat wurde dieser Mensch auch, soweit man wenigstens davon gehört hatte, begraben. Nur sein Tod hatte es verhindert, dass der Arm der Gerechtigkeit ihn erreichte, denn man klagte ihn einer Unmenge schlimmer Verbrechen an. Es waren eine ganze Menge Bilder von ihm in den Händen der Öffentlichkeit, aber nach seinem Tode wurden diese mit großem Eifer allenthalben aufgekauft und augenscheinlich vernichtet. Es ist anzunehmen, dass dies von den Erben ausging, die froh gewesen wären, wenn jener Mensch sich aus ihren Ahnentafeln ebenso hätte entfernen lassen, wie sein Bildnis aus den Händen der damaligen Zeitgenossen. Jene Person war während ihres Lebens im Besitze außerordentlicher Reichtümer. Seltsamerweise waren all diese Schätze nach ihrem Tode auf eine unerklärliche Weise verschwunden. Es ging das Gerücht, dass ein Astrologe oder Wahrsager, einer der Günstlinge jener Person, einen großen Teil ihrer Schätze veruntreut hatte. Wie mir scheinen will, entging jener allgemeinen Zerstörung aller Bildnisse jener Person nur eins. Denn vor einigen Monaten, vor dieser ganzen Begebenheit, war mir ein solches Porträt bei einem Antiquitätenhändler aufgestoßen. Schon damals hatte das Bild eine wunderbare Wirkung auf mich ausgeübt, wie übrigens auf alle, die sich jemals mit ihm beschäftigt hatten. Es war aber auch ein Gesicht, das ich niemals vergessen werde. Und seltsam genug, das Miniaturbildnis hier, was ich jetzt in Händen hielt, hatte ganz denselben merkwürdigen Gesichtsausdruck. Allerdings mußte man dem Manne auf diesem Miniaturbild hier einige Lebensjahre mehr zu sprechen, als jenes Bildnis verriet, das ich unlängst gesehen hatte. Aber konnte dieses Bild hier nicht eben kurz vor seinem Tode angefertigt worden sein? Einige Jahre verändern die Menschen recht, doch was rechnete ich da? Zwischen der Zeit, in welcher dieses Bild offensichtlich gemalt worden war und jener, in der das Bild, das ich früher gesehen hatte, ein Künstler geschaffen hatte, zwischen diesen Zeiten lag ja ein Zwischenraum von mehr als zwei Jahrhunderten. Während ich in solche Betrachtungen versunken, still für mich dastand, brach auf einmal Jackson selber in den verwunderten Ruf aus. Aber wie ist mir denn? Sollte das möglich sein? Diesen Mann hier habe ich ja selbst schon gekannt. Was Sie sagen, wieso und wo, rief ich. In Indien. Er hatte es verstanden, das Vertrauen des Radscha von Serampur in hohem Grade an sich zu reißen und beinahe hätte er den Fürsten zu einer Empörung verleitet, deren Ergebnis höchst wahrscheinlich nichts anderes gewesen wäre als der Verlust der Herrschaft, die ihm England noch bis dahin gelassen hatte. Jener Vertraute des Radschas war ein Franzose mit Namen Duval, ein gewandter und stets unerschrockener Kämpfer, der sich an keinerlei geschriebene Gesetze band. Wir bestanden darauf, dass dieser gefährliche Mensch von dem Hofe des indischen Fürsten verbannt würde. Ja, ja, es muss derselbe Mann sein, denn wo in der Welt gleicht wohl ein zweites Gesicht dem Seinigen? Aber andererseits, dies Miniaturbild hier scheint doch mindestens hundert Jahre alt zu sein. Ende von Abschnitt 4